Hallo Leute, ich habe euch so oft hängen lassen, so lange, dass ich einfach den Counter ablaufen lassen, den Intro-Counter. Dann bin ich erst, weiß nicht, dann bin ich 10 Minuten später gekommen oder 20 und heute ist es genau andersrum. Heute bin ich vor der Zeit da. Man kann sich hier auf nichts einstellen. Heute bin ich einfach mal für euch vor der Zeit da und finde es einfach geil. Es ist eher, wie ihr merkt, ein ungeplanter Stream. Hab nichts vorbereitet, hab nicht in meinen Streaming-Plan gesagt, ey Leute, heute ist Krog mal super streamen. Nein, es ist alles so spontan. Einfach spontan. Ist doch einfach geil. Aber der Chat ist am Start und das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben auch schon zwei Subs reinbekommen. Andrew Ryan beispielsweise. Macht's euch vor, wie es abgeht. Auf Stufe 1 abonniert. Und wer war es noch? Hier war da noch einer. Warum sehe ich das nicht? Oder eine. Chat angehalten aufgrund von Scrollen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Aber egal. Ich weiß, dass da noch jemand war. Danke dafür. Leute, eure Unterstützung ist glorreich. Glorreich. Ich möchte euch erstmal alle begrüßen. Meine Stimme werde ich jetzt bestimmt sortieren. Revi Black hat es gemacht. 10 Monate von Revi Black. Dankeschön. Pizza Karton ist nämlich hier im Haus. Jiggy Norris. Claire ist da. Grüzi ist am Start. Bruder Tuck. Amariel. Felix BL. Schradian. Bisu Live. Andrew Ryan natürlich. Nin Klaas. Und ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Flo Fighter ist am Start. Danu auch. Hallo. Ich möchte mit euch einen Kaffee trinken. Also wer noch da ist, wer noch sagt Hallo, ich möchte erwähnt werden, dann schreib jetzt Hallo rein. Dann begrüße ich dich auch per Handschlag quasi. Danger. Dange Duda. Dange Duda 1893 ist da. Zeta Cybermax. Pi Viertel ist am Start. Demonographer hat reingeprimed. Cappuccino schreibt Danger Duda. Ich weiß nicht. Andrew Ryan hat ein Abo verschenkt. Would you kindly. Ja, hallo. Lokiaris. Ich grüße dich. Ich nehme einen schwarzen Kaffee. Ihr könnt euch auch andere Getränke holen. Wie zum Beispiel Clubmates. Oder Tees. Wasser geht auch. Dann reden wir. Dann reden wir. Freunde. Was ist passiert in der Welt? Es ist einfach. Was geht ab? Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist ja furchtbar. Es ist ja furchtbar, was man alles so hört und mitbekommt. Aber wir reden. Ich will nicht über Schreckensthemen reden. Ich will euch doch nutzen, um einfach gut drauf zu sein. Können wir uns nicht einfach katapultieren in so einen neuen Zustand der Glückseligkeit? Wäre das möglich? Indem wir uns erstmal begrüßen und höflich miteinander umgehen. Das ist, glaube ich, der erste Stand. Habt ihr eure Getränke schon parat? Ist euer Kaffee da? Euer Tee? Was auch immer. Dann können wir nämlich anstoßen. Das wird mich sehr... Das wäre... Bier katapultiert einen richtig nach oben. Das ist richtig. So. Erstmal anstoßen. Lass uns erstmal einmal begrüßen. Hallo Leute. Kaffee ist da. Ich hab hier meine Tasse. Guck mal. Sie ist halbtransparent. Aber dahinter bin ich nicht. Weil sie gar nicht transparent ist. Sie hat nur grüne kleine Pünktchen, die hier ausgekieht werden. Also. Zum Wohl. Das ist meine dritte Kaffeetasse heute. Ich hab schon ein bisschen gearbeitet. Tatsächlich. Echtes Arbeiten. Ähm. Wie zum Beispiel. Was. Ich hab zum Beispiel mit Michael Reinke schon kommuniziert. Wann wir denn endlich mal was zusammen machen. Die Michael Bros müssen noch zurückkommen. Die Leute wollen das so. Jo. Da sind wir an Planungsdingen dran. Äh. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie das wird. Wie das wird. Und was haben wir noch gearbeitet. Ich hatte mit der Neuen Osnobrücker Zeitung schon einen Termin. Ähm. Für die Aktion vom Wochenende. Das ist auch sehr sehr schön. Und dann hab ich noch einen Plan gemacht für morgen. Da muss ich noch mit Delta Radio. Hab ich dann noch einen Termin. Das ist schön. Leute. Das waren bewegende Tage. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab gedacht man fährt einfach mal so ein bisschen äh. Man hilft einfach mal. Aber helfen ist anstrengend. Helfen ist eine anstrengende Sache. Wer hätte es geahnt. Helfen macht. Gar nicht. Also. Das ist schon anstrengend. Gar nicht so viel Spaß wollte ich fast sagen. Aber das. Macht schon Bock. Aber es ist halt. Puh. Ist auf jeden Fall krank. Krank anstrengend. Äh. Und dann fragt man sich nämlich Leute. Wenn man. Wenn man einmal was gemacht hat. Wann hört man denn jetzt auf? Weil. Irgendwie. Hab ich das Gefühl. Ja ist cool. Dass wir das gemacht haben. Aber es fühlt sich nicht so an. Dass. Das reicht. Versteht ihr? Das ist einfach. Das ist sehr schwierig. Das ist für mich grad sehr schwierig. Abzuchecken. Was man machen kann. Was reicht. Und was. Dann auch vielleicht. Blöd ist. Ey. Ich sag euch. Also ich weiß nicht. Ob es alle mitbekommen haben. Was wir gemacht haben. Wir. Es gab einen Trip. An die ukrainisch-polnische Grenze. Und. Ihr habt supported. Viele aus dem Stream. Die auch schon mal. Anderweitig unterstützt haben. Haben da nochmal. Während der Fahrt. Unterstützung geleistet. Das ist wirklich hammermäßig. Ihr seid wirklich. Ehrenhafte Leute hier. Wirklich. Wirklich stark. Vielen vielen Dank dafür. Dass ihr. Das ernst nehmt. Dass Menschen. Hilfe brauchen. Und ich hab auch keinen Bock. Auf dieses sogenannte. Whataboutism. Das heißt. Warum machst du das. Und nicht das. Das ist mir kackegal. Leute. Wer das reinbringt. Ist halt so. Kann ich nicht ändern. Aber ich find's halt geil. Dass man überhaupt was macht. Also vielen vielen Dank. Dass. So viele nette Menschen. In dieser Community beiwohnen. Das macht mich sehr stolz. Wir haben anscheinend hier. Ein. Ein Hort der Glückseligkeit geschaffen. Nein. Also wirklich viele nette Menschen. Und hier im Chat. Und das freut mich. Tierisch. Dass diese Streams hier immer so viel Bock machen. Ja. Es ist immer die Frage. Wie viel Selbstaufwahrung möglich oder gewollt ist. Ja genau. Ich glaub das muss jeder für sich entscheiden. Und irgendwann wird's vielleicht zu viel. Die Leute mit denen ich da unterwegs war. Die sind schon. Die sind schon sehr selbst. Opfernd. Muss man sagen. Ich bin zurück. Lief alles gut. Für das was wir vorhatten. Lief alles genauso wie wir es vorhatten. Aber. Ich kann jetzt nicht sagen. Dass ich mit einem glücklichen Gefühl zurückfahre. Ich glaube. Zu helfen ist eben keine Sache. Die man mit einem 50 Euro Schein erledigt. Ehrlich gesagt. Das funktioniert so nicht. Also man kann. Das ist besser als. Das ist geil. Und füllen wir auch. Und auch in Euro. Das ist alles besser als nichts. Aber. Das ist. Helfen dauert. Helfen dauert einfach. Schon krass. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Dass ihr. Dass ihr. Geholfen habt. Wir haben schon einen Zeitungsbericht. Für das Blatt in Brandenburg. Ich weiß nicht den Namen. Der wurde schon rausgeballert. Wie gesagt. NOZ. Neue Ostenbrücker Zeitung kommt noch. Und. Delta Radio. Das ist schon mal ganz geil. MOZ. Ganz genau. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall krass. Und natürlich bin ich. Ja. Sehr emotionalisiert. Ist das ein Wort was es gibt. Ich hoffe. Auf jeden Fall. Also. Ich bin berührt von dem was ich gesehen habe. Es. Arbeitet in meinem Kopf. Was ich gesehen habe. Es ist alles. Schwierig. Wisst ihr was das krasseste ist. Wenn du. Aus einer Ecke kommst. Wo es Leuten nicht so super gut geht. Und die ist gar nicht so weit weg. Von deinem. Von deinem. Wohnen. Von deinem Heimatland. Von deiner Wohnung. Oder wo du. Wo du halt. Wo es anders ist halt. Ja. Und dann kommst du. Nach Berlin. Zum Hauptbahnhof. Und denkst einfach. Leute. Haltet alle die Fresse. Haltet einfach alle das Maul. Das ist echt so. Ey. Ohne Scheiß. Das erdet einen so krank. Das ist. Das ist wirklich. Ähm. Wirklich Wahnsinn. Der Kontrast ist wirklich. Äh. Erstaunlich. Genau was du schreibst. Claire. Aber. Ey. Alles gut. Es bringt ja auch nichts. Wenn man hier. Jetzt die ganze Zeit rumweint. Es bringt was. Wenn man was hilft. Und wenn ihr was wissen wollt. Könnt ihr mir Fragen stellen. Ist kein Problem. Dann versuche ich die zu beantworten. Äh. Ansonsten. Weiß ich nicht. Ob es die letzte Aktion gewesen ist. Wahrscheinlich nicht. Weil es eben. Ähm. So nicht getan ist. Damit. Aber. Wie gesagt. Danke für euer Dabeisein. Danke fürs Unterstützen. Danke für. Wirklich die. Das tolle Feedback auf Instagram. Und Twitter. Und so. Und auch während der Fahrt. Das konnte ich ja dann nicht richtig nachvollziehen. Jared war ja völlig im Sack. Aber. Er ist dann ja abends auch noch mal gefahren. Da konnte ich ein bisschen Chat gucken. Und das war auf jeden Fall. Äh. Total cool. Ja. Falls jemand von euch in Köln wohnt. Und sich irgendwie für ukrainische Flüchtlinge einbringen will. Wispert mich gerne an. Hab mich gut erkundigt. Wie man am besten helfen kann. Ja. Jiggy knows. Ist doch eine. Ist doch eine geile Sache. Äh. Ja. Weil helfen. Darauf wollte ich hinaus. Wenn du. Wenn du. Äh. Sagst. Okay. Du willst Menschen helfen. Und du willst wen aufnehmen. Da muss man sich ganz. Ganz sicher sein. Dass man das wirklich will. Und damit meine ich. Dass man auch die Zeit dafür findet. Weil Menschen. Die. Die Sprache nicht können. Die. Ehe völlig verloren sind. Und eigentlich auch gar nicht weg wollen. Aus ihrem. Gewohnten. Aus ihren gewohnten Umgebungen. Die brauchen halt Support. Das heißt. Es ist nicht damit getan. Dass man die zwei Tage unterbringt. Oder zwei Wochen. Oder so. Sondern die brauchen halt. Langfristige Unterstützung. Und. Ich glaube. Also das. Das muss man schon wirklich. Das muss man halt wissen. So. Und wenn man das halt nicht kann. Ist das vollkommen in Ordnung. Vielleicht kann man ihnen anderweitig helfen. Und. Ja. Und wenn man halt. Das alles nicht kann. Dann ist es halt so. Aber dann. Braucht man sich halt auch. Darüber nichts aufregen. Punkt. So. Das ist meine Meinung. Wie geht's euch Leute? Wie geht's euch? Bevor ich jetzt hier abdrifte. In einer. In einem Monolog. Ähm. Der vergangenen Tage. Erstmal hören. Ich hab mich jetzt. Ja. Nicht melden können. Die letzten. Die letzte Zeit. Streams. Gab's relativ wenig. Weil ja auch Vorbereitungen anstanden. Und. Ähm. Gedanklich auch. Gecheckt werden musste. Wie. Wie krieg ich das alles hin? Äh. Das ist dementsprechend. Erstmal die Frage an euch. Wie geht's denn. Wie geht's denn hier dem Publikum? Wie geht's denn den Leuten hier aus der. Aus der Mitte des Lebens? Wie geht's euch Freunde? Übrigens waren. Ähm. Damit ich das nochmal kurz erwähne. Plutonium. Hat auf Stufe 1 abonniert. Mit 5 Monaten. Vielen, vielen Dank. Grüß dich Grube. Die Aktion hat mich echt motiviert. Mich zu informieren und anzupacken. Danke für den indirekten Tritt in den Hintern. Das ist krass. Ey. Alter. Da. Wirklich. Damit hat alles. Damit hat es sich komplett rentiert. Das ist ja alles was man. Was. Das ist ja. Das ist ja wunderschön. Das ist eine wunderschöne Nachricht. Vielen, vielen Dank. Hammermäßig. Richtig gute Nachricht. Übrigens waren die unsere polnischen Leute an der Grenze sehr traurig, dass wir nicht mitgekommen sind, um in der Ukraine weiterzuhelfen. Weil er einfach sagte, naja, uns fehlen halt Leute. Also die haben halt gar nicht die genug Kapazitäten, was da, äh, um alles wegzukriegen. Also es kommt alles an, also im Land haben sie dann das Studentennetzwerk von der Uniklinik Kiew. Das ist halt geil. Aber, also und ihr wisst ja, Studentennetzwerke können ja alles ändern. Das ist klar. Äh, wenn die zusammenarbeiten. Aber diese Grenzübertritte sind halt, da fehlen halt Leute. Und deswegen war er traurig. Sirclone, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Sehr, sehr nice. Unterstützung ist gern gesehen. Jetzt muss ich aber nochmal fragen. Chat, sind da doch mehr Leute als drei? Gibt's, ich frage euch, wie es euch geht. Ich erwarte jetzt aber auch eine Antwort darauf. Das ist ja sonst, es ist 17 Grad. Sonne scheint. Ähm, zumindest im Hamburger Raum. Deswegen ergehe ich davon aus, dass es euch gut geht. Also gebt mir bitte Feedback. Was ist das denn bitte für eine Interaktion? Nämlich gar keine. Da denkt man, ich sitze hier alleine. Alles außer das Hochschulgesetz. Da machen die Landtage, was sie wollen. Ja. Joa, man lebt. Jaja, gut. Noch ein bisschen knusprig, aber läuft. Ich arbeite parallel. Coding, Coding. Okay, bestens hatte von 10 bis 10.30 bis 11.15 Uhr Arbeit, sonst nichts heute. Das ist nicht so viel. Aber ist gut. Vor allem im Hintergrund geht's mir gut. Na ja, passabel, sagen wir mal. Okay. Aufgestanden, streamen, chillen, ist okay. Alles lauschig, freier Tag. Moin, moin, hören gespannt deinen Ausführungen zu. Aber alles okay soweit. Huhu. Ich muss renovieren. Oh, was renovierst du? Das renovieren kann anstrengend sein. Besonders wenn die Wände nicht das mitmachen, was man sich vorgestellt hat. Ich werde euch gleich darauf hinweisen, dass wir heute einen besonderen Tag haben für alle tontechnisch interessierten Menschen. Mir geht's gut. Hier in Lüneburg sind's 19 Grad und blauer Himmel. Geht's gut. Leipzig, 21 Grad, drei Tage frei, frisch von der besten Freundin frisieren lassen. Läuft. Andrew Ryan wurde gerade von der besten Freundin frisch rasiert. Frisiert meine ich. Geil. Freut mich. Gut und es ist bewölkt. 21,7 Grad, wunderbar. Lemgo. Mir geht's super. Meine Pflanzen blühen und ich hab Franzbrötchen dank dir kennengelernt. Alter, es ist ja wirklich Hammer. Wand malen und die alte Farbe geht ab. So ist es. Meins, 24 Grad und im Kindergarten gearbeitet. Das sind die Informationen, die ich erwarte. Einfach schöne, präzise Ausführungen. Nicht zu lang. Nicht, dass wir noch in komische Smalltalk abdriften müssen. Sondern einfach, dass ich weiß, ja, der Community geht es gut. 18 Grad und sonnig Berlin. Der Serie. So, da weiß ich Bescheid. 18 Grad, sonnig Berlin. Alles geil. Mehr muss es ja auch nicht sein. Herne. 22 Grad, die Frisur sitzt. Hammer. Neißenstein. Auf der Arbeit. Nebenbei zuhören. Alles sonnig. Ich könnte bis auf das gute Wetter und eine kurze Zeit im Stream auch gerade nur nicht so geile Sachen erzählen. Aber die Sonne scheint immerhin in Hamburg. Ninklas, das ist absolut richtig. Eat, sleep, rave, repeat. Rasengemäht, Kaffee getrunken, nette 21 Grad draußen und gute Laune. Okay, jetzt gehen wir wieder zu meinen Bedürfnissen. Meine Bedürfnisse sind, dass ich zum einen mich bedanken wollte bei euch allen. Habe ich getan. Mehrfach. Mache ich nochmal. Danke, Leute. Geil. Unterstützung ist wichtig. Denn es geht nicht allen Leuten. Geil. Und es ist auch immer schwierig, wenn... Also jetzt war ich vor Ort, ja. Und jetzt habe ich so einen Wurm im Kopf, der da arbeitet und irgendwie lebt. Und dementsprechend fühle ich mich auch weiterhin sozusagen weitergezogen. Weil ich jetzt diese Sachen gesehen habe, irgendwie verantwortlich eine Message zu verbreiten, die irgendwie nervig ist. Weil man damit eigentlich ja nicht viel... Also ich sage mal, so mit schlechten Sachen will man nie was zu tun haben. Ich auch nicht, weil es immer nervt und irgendwie anstrengend ist. Aber in diesem Fall geht es halt nicht anders. Und dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr das so gut mittragt, ihr Lieben. Ich habe noch ein paar Videos bekommen von der ersten Spendenaktion von den Westen. Ich habe wenig Bock auf Shitstorms. Nicht von euch, sondern von Leuten, die Dinge in Frage stellen. Dementsprechend weiß ich noch nicht, was ich mit diesem Video mache. Aber es sind halt Videos von Leuten, die diese schutzsicheren Westen benötigen. Das können natürlich private Leute sein, können aber auch Soldaten sein. Und da habe ich viele Videos bekommen. Und dementsprechend weiß ich noch nicht, ob ich diese Sachen veröffentlichen will. Aber ihr könnt euch sicher sein, und das ist das, was die Message gerade ausdrücken soll. Die Dinge sind da angekommen, wo sie gebraucht werden. Das ist richtig krass. Das ist sehr beeindruckend, dass alles funktioniert. Das macht mich selber auch sehr glücklich. Das ist hier kein... Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Leute irgendwas versprechen, und dann tritt es nicht ein. Und ich will keiner von diesen Leuten sein, die diese Dinge tun. Dementsprechend bin ich so happy, dass bislang alles genauso eingetroffen ist, wie wir es angekündigt haben und wie wir es gesagt haben. Das ist sehr viel wert. Und dementsprechend habe ich auch den... Dementsprechend habe ich auch der Neuen Osnabrücker Zeitung diese Videos zukommen lassen. Einfach nur, damit die sehen, okay, alles ist valide. Das ist halt gut. Weiter geht es. Jetzt möchte ich natürlich noch weiter darauf hinweisen, dass Kohle benötigt wird. Jetzt haben uns dieses Border Collective gesagt, ey, könnt ihr nicht von den Westen, von euren geilen Rave-Jacken noch zu unterschreiben und die quasi bei eBay reinsetzen? Ich habe das noch nicht gemacht bei eBay, aber ich wollte euch mal die Weste zeigen. Wo habe ich sie denn hingelegt eigentlich? Moment, ich muss mal gucken, wo ich sie hingelegt habe. Hier ist er wieder, Michael Krogmann, euer Dienstleister der guten Laune. Und zwar sind das diese schönen Westen. Davon werde ich eine bei eBay reintun. Kann man gar nicht sehen, ne? Die ist nämlich gelb-grün. Das ist eine richtige Rave-Weste. Sieht aber geil aus. Ukraine Border Collective steht da drauf. Und Jared im Halbschlaf, im Halbschlaf, weil er schon platt war und es da eingefallen ist, wir wollten das doch machen, habe ich ihn nochmal geweckt. Da habe ich auch ein Video von gemacht, das ist sehr gut. Und hat Jared hier unterschrieben, Evil Jared Hasselhoff. Man kann es auch so geil nur sehen und ich. Und natürlich ist diese Weste nicht mehr wert als 50 Cent. Aber darum geht es nicht. Sondern ich habe ein Haar hier auf der Sonne. Da ist das Haar weggefallen. Ekelhaft, wenn man sein eigenes Haar spürt. Und trotzdem soll die bei eBay reingestellt werden, weil das vielleicht jemandem, was bedeutet, eine Weste zu haben, die schon im Einsatz war. Und wo Namen von Jared und von mir, also wo wir unterschrieben haben, ja. Hat Jared die Oberkörper freigetragen? Er hat sie nackt unterschrieben. Kein Scheiß. Ich habe ein Video davon, wie er nackt im Bett sie unterschreibt. Und ich einfach Bullshit laber. So, vielleicht steigert das den Preis auch. Kann sein. Aber ich glaube, man muss schon akzeptieren, dass es ein 50 Cent Produkt ist, was einfach nur symbolisch den Wert in die Höhe treiben soll. Das werde ich heute, irgendwann im Verlauf des Tages oder morgen bei eBay einsetzen. Und diesen Link auf den einschlägigen Social Media Plattformen meinerseits raushauen. Aber ich wollte nur, dass ihr das schon mal wisst. Das wird es auf jeden Fall geben. Hallo Heinz Harz, grüß dich. Senstra, moin. Was geht ab? So, was habe ich noch mitzuteilen? Sind wir schon bereit für andere? Also das Soldatenvideo, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Aber es ist wirklich sehr interessant. Eigentlich ist es zu interessant, als damit nichts zu machen. Aber ich bin da noch ein bisschen am Hadern. Sage ich euch ganz ehrlich, was ich damit mache. Aber auf der anderen Seite ist es auch schade, dass die was aufgenommen haben und dann vergammelt es auf meiner Festplatte. Auch doof. Helfen wollen ist einfach anstrengend heutzutage. Heutzutage helfen wollen ist anstrengend. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die megastarke Aktion. Ja, danke euch. Ich glaube einfach, dass... Die haben halt jetzt schon gesagt, die Leute, ey, warum seid ihr nicht mit in die Ukraine gefahren? Warum habt ihr nicht weitergeholfen? So, nicht so vorwurfsvoll, sondern die Kommunikation im Vorfeld blieb falsch. Die haben halt wirklich gedacht, jo, wir sind jetzt eine Woche da, fallen jetzt mit weiter und helfen vor Ort direkt. Und, ähm, erstens muss ich... Also, was nicht geht für mich ist, Kriegstourismus. Das geht für mich nicht klar. Das heißt, wenn ich helfen wollte, dann muss ich einen Plan haben. So, dann geht's nicht anders, wofür ich das mache. Und zweitens habe ich auch keinen Bock, mich komplett in Gefahren zu begeben. Also, so bescheuert halt. Wisst ihr, was ich meine? So ohne Plan. Aber diese Menschen vor Ort haben halt gesagt, nee, das ist alles safe, weil Militär... Es gibt wohl so verschiedene Ringe, durch die du musst. Und, ähm, so Checkpoints kann man sich das vorstellen. Und da wartest du und da wird gesagt, ja, nee, jetzt musst du warten, jetzt geht's erstmal im Bunker oder du kannst weiterfahren. Und deswegen dauert diese Fahrt so unglaublich, ähm, lange. Wie weit kommt man überhaupt rein in die Ukraine? Du kommst... Also, ich weiß, also du kannst, glaube ich, als Privatperson viel machen, aber ich wäre dann ja mit einer Organisation da, wo es dann abgesprochen ist, wo man halt die Leute kennt, das Netzwerk kennt. Und wo man halt weiß, dass... also wo die Militärposten auch von dir wissen, dass du kein Dulli bist. Ne, da ist ja auch dann nix mit Filmen oder so, weil alle Angst vor Spionen haben. Ähm, dementsprechend wäre das nochmal was ganz anderes gewesen. Was mir dann aber leid tat, dass dieser Mann einfach falsch informiert war und dachte, wir sind jetzt mit am Start. Das tat mir leid, muss ich ehrlich sagen. Dementsprechend weiß ich auch nicht genau, was das bedeutet. Aber jetzt gerade bin ich jetzt mal froh, dass ich wieder da bin, dass ich dieses Zeug erstmal ein bisschen sacken lassen kann. Und dass es ja auch immer eine Hilfe war. Ja. So, jemand hat letztens im Stream Tränen in den Augen bei dem Gedanken, wie gut die Welt wäre. Was? Wirklich? Hat er es wirklich gemacht? Alter Schwede, ey. Oh Gott, da kriege ich auch Tränen in den Augen. Ey, Leute, das ist alles auch nicht so einfach. Ähm. Bin schon fast wieder weg. Äh, wenn du Spenden-Streams für die Organisation machst, hilfst du doch viel sinnvoller. Ähm, das Geld wird doch gebraucht. Ja, es ist alles sinnvoll. Es ist aber auch sinnvoll zu helfen vor Ort, weil das auch nicht jeder kann. So, das ist alles. Also, es gibt kein sinnvoller Rär sozusagen. Ja? Ähm. Es nicht hilft einmal. So, hat sie jetzt sagen. Ähm, ja, genau. Heinz Hartz, also, was nicht hilft, ist Blinderaktionismus. Das hilft 0%. Das hilft gar nicht. Also, es hilft auch nichts, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich fahre die Grenze, sammel dort Leute ein und bringe die irgendwo hin. Das bringt insofern nichts, weil, A, es fahren Züge. Ja? Also, du kannst, du brauchst, es fahren einfach Züge, Punkt. Und B, nicht jeder, du musst dich halt registrieren. Es muss alles geregelte Bahnen haben. Du kannst nicht einfach Leute einsacken. Es gibt leider auch böse Menschen auf der Welt. So, und, ähm, dementsprechend muss das alles nachvollzogen sein. Wo gehen die Leute hin? Ähm, es muss auch so sein, das ist mir auch klar geworden, wenn der Papa von einem Kind im Krieg ist und verliert sein Handy und es gibt keinen Kontakt mehr, der muss ja auch noch Jahre später nachvollziehen können, wo ist denn seine Familie. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass alles dokumentiert wird. Du kannst da nicht hingehen und sagen, ich nehme jetzt Leute mit. Das funktioniert so nicht. Es muss alles schon klar sein, wo wollen die Leute hinkommen. Ähm, du musst auch da hin, du musst, es wird alles dokumentiert. Die Pässe von den Leuten, die die Menschen abholen, die Pässe von den Leuten, die weggehen. Das ist einfach, das ist Aufwand ohne Ende. Und ey, da macht Polen einfach richtig guten Job. Also einen richtig, richtig guten Job. Das ist beeindruckend. Ähm, und in einer Flüchtlingsunterkunft zu übernachten ist auf jeden Fall auch was. Eine Erfahrung, die ich jetzt habe. Punkt. Die ich aber auch nicht gebraucht hätte. Ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist natürlich eine Erfahrung, die man macht. Aber ich bin nicht der harte Typ, der jetzt sagt, alles ist easy. Ähm, also das geht schon, geht schon, geht schon, kommt schon an mich ran. So, ne? Also wenn ich, das wird auch noch ein bisschen dauern. Weil es ist einfach Menschen, es geht um Menschen. So Menschen wie du und ich, das kann man nicht gut haben. Das ist einfach nicht, ist nicht schön. Ähm, und ein Video wird es davon noch geben, von dem Trip. Ich, ähm, habe die Videofiles abgegeben. Ich werde es nicht selber schneiden, weil ich das einfach zeitlich nicht hinbekomme. Und ich möchte auch, dass es einigermaßen zeitnah passiert. Aber, ähm, es wird sehr wahrscheinlich vom Rapper Beat Tide geschnitten. Kein, kein Witz. Es helfen alle irgendwie zusammen. Es halten alle irgendwie gerade an einem Strang und machen halt Dinge. Und das ist halt irgendwie geil. Ähm, das ist irgendwie sehr, sehr spannend. Und dann gibt es auch noch Eindrücke von, von vor Ort. Das, was jetzt gerade mit dem Krankenwagen passiert. Äh, von Bobby, genau. Ähm, das wird nämlich jetzt dieser Krankenwagen vorübergefahren. Ich weiß nicht, ob es heute passiert oder morgen. Ähm, weil heute ja so ein Feiertag, diese Militärparade ist in Russland. Und da weiß man nicht genau, was in der Ukraine abgeht. Und deswegen wollen sie natürlich das erstmal abwarten. Ähm, und deswegen fahren sie, ähm, morgen oder übermorgen rüber. Ehrlich gesagt. Äh, ach, zu Simon noch. Ja, allerdings in dem Zusammenhang, dass Kliemann sich als gut ausgegeben hat, sich selbst bereicheln wollte. Und er damit das Image von Leuten, die wirklich ohne Hintergedanken einfach gut sein und helfen wollen. Klammern wie eben du beschmutzt, dass sich jeder, jetzt jeder fragt, ob guten Taten auch wirklich ohne Hintergedanken gemacht werden. Da ist natürlich unter der Reise gekommen. Ja, ey, das ist aber auch eine Sache. Also ich möchte jetzt gar nicht über Kliemann reden, weil da haben andere Leute auch mehr Plan, äh, als ich. Und das wäre jetzt auch schade, wenn das so, hab ich jetzt, nee, also ich, ich bin auch kein guter Typ, der Bock hat, auf Leute drauf zu kloppen. Das Thema möchte ich hier ausgrenzen, ehrlich gesagt. Aber dieses, dieses Image oder dieses, diese, das Helfen nicht selbstlos ist. Ja, dass Leute, dass wenn ich da jetzt ein Instagram-Posting mache und Leute darauf hinweisen muss, ähm, weil, weil es sonst kein anderer macht vielleicht mehr. Und das kann ich euch gleich auch nochmal begründen, was ich damit meine. Dann ist es natürlich die Frage, will man sich da, also, dann ist klar, dass andere Menschen denken, ja, der macht das doch nur, damit er da Klicks kriegt oder was auch immer. Und für egoistische Selbstdarstellungs-Dinge kann ich was anderes machen. Da kann ich, hab ich schönere Sachen im Kopf. Da könnte ich auch einfach, äh, 100 Selfies in Hamburg machen oder irgendwie Schlagzeug spielen oder sonst was tun. Das, aber ich verstehe, dass, dass dieses, dieses Problem in der Gesellschaft herrscht. Ich, das ist mir vollkommen klar, weil man ja anscheinend auch nichts glauben kann, ja. Und umso dankbarer bin ich, dass niemand bei meinen Sachen bislang irgendwie geschrieben hat, Alter, du willst doch nur deinen eigenen Arsch geil darstellen. So. Das ist einfach geil. So, darüber freue ich mich einfach. Aber auch ein Jared hätte sicherlich andere Dinge zu tun, als drei Tage durch die Wallachai zu fahren, um sich nicht coole Sachen anzugucken. So. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Da habe ich auch Riesenrespekt vor. Ja, das ist einfach geil. Eigentlich will ich den ganzen Tag nur Eichhörnchen füttern. Ohne Scheiß. Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Skaten, Eichhörnchen füttern und Schlagzeug spielen. Das wäre einfach der perfekte Tag für mich. Und eigentlich will ich nur, dass alle Menschen eine gute Zeit haben. Ich will einfach, dass alle sich lieb haben und ich habe gar keinen Bock auf Konflikte. Ich habe keinen Bock, deswegen bin ich auch bei so Sendungen wie zum Beispiel die Fights-Formate bei Rocket Beans. Da werdet ihr mich nicht sehen, weil ich kann das nicht so gut. Ich habe keinen Bock, also ich muss schon richtig pissig sein, aber dann bin ich richtig fucking super sauer, um meine Meinung kund zu tun. Ich habe da einfach nicht so viel Bock drauf, sage ich euch ganz ehrlich. Und eben habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht bei der Referate-Show bei Rocket Beans mitmachen wollen würde. Und da habe ich auch gesagt, Alter, ich bin doch aus der Schule raus. Ich habe keinen Bock mehr auf Referate. Mal suchst du euch jemand anderen für eure Referate-Show. So, weißt du, das mache ich halt nicht. Ähm, Alter, 10 Abos verschenkt. Storno in Temporal Lappen. Storno in Temporal Lappen. 10 Zapps verschenkt, vielen, vielen Dank. Referate-Show ist aber geil. Ja, aber dafür musste ich mich vorbereiten. Dafür musste ich mich vorbereiten und Referat machen. Denkt ihr wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass ich Bock habe, nochmal nach der Schule wieder ein Referat zu machen? Ich wäre bestimmt obergeil in der Show. Obergeil. Aber ich habe da fucking nochmal absolut keinen Bock drauf. Solange ich nicht gezwungen werde, werde ich es nicht machen. Swarly Zockt hat auch abonniert. Vielen, vielen Dankeschön. Wann kommt eigentlich OnlyFans? Ich wüsste nicht, was ich da für Inhalte anbieten sollte. Ehrlich gesagt. Weil, wenn ich mich nur in Unterwäsche zeige, werdet alle so fucking horny. Die Leute werden einfach sterben vor Geilheit. Und das kann ich nicht verantworten. Und dementsprechend wird auch das erstmal nicht passieren. Ehrenstorno. Ja. Deinen geilen Arsch. So ist es. Eigene Meinung von Zensdra. Ich habe sie nicht gefiltert. Ich gebe sie jetzt so durch. Helfen ist wichtig. Und wenn man jemand ist, der besser helfen kann, wenn es viele Leute mitkriegen und es mehr Leute mitkriegen, wenn man Werbung macht und die Werbung finanziert wird, dann hilft man mehr, wenn man die Werbung benutzt. Okay. Es wurden viele prominente Menschen angefragt, ob sie nicht bereit wären zu supporten. Und diese prominenten Menschen, also wirklich sehr, sehr prominente Menschen. Ich weiß, also sind alles kein Scheiß. Dann gibt es Rückmeldungen wie, ich habe mich, ich mache anderweitig schon was. So. Was mir klar geworden ist, das ist das Einzige, worüber ich mich auch wirklich freue, das gemacht zu haben. Dass viele Menschen, auch Menschen, die sich bewusst sind, dass sie Reichweite haben und dass sie dadurch auch Menschen bewegen können, was zu tun. Und da keinen Bock drauf haben. So. Das ist... Und ich hatte es eigentlich auch nicht so richtig. Ja. Ich finde es auch toll von Gustav. Möglicherweise habe ich generell jahrelang eine falsche Meinung von Tokio-Tag gehabt. Ja. Also Gustav ist auch ein super lieber Typ. Hammer. Echt netter Mensch. Ähm. Sehr... Sehr geerdet so. Alles nette Leute. Auf jeden Fall. Aber da war mir dann klar, ja gut. Irgendwann kommen die Leute ja auch nicht mit. Ist ja auch egal. Wir können hier schreiben, was wir wollen. Ob es auch die Menschen helfen. Ja, genau so ist es. Genau. Und das ist das Ding. Es bringt halt nichts, Leute irgendwie zu schämen oder die Sau durchs Dorf zu jagen. Ist einfach geil, wenn Leute helfen. So. Punkt. Und wenn man das aus komischen Gründen macht, dann ist es schwierig. Ja. Solche Sachen können auch nicht gut monetarisiert werden auf YouTube und so weiter. Boah. Äh. Du meinst so ein Support-Video oder was? Ich hab keine Ahnung. Ey Leute. YouTube. Habt ihr mal meinen YouTube-Kanal gesehen? Äh. Mein YouTube-Kanal. Habt ihr mal... Habt ihr mal auf meinen YouTube-Channel? Das ist ein kleiner Dulli-Channel. Das ist nur die Elite der Menschheit. Da... Da... Ich krieg... Ich freu mich, weil ich tausend Views krieg pro Video. Da bin ich noch weit von entfernt. Da ist noch viel aufzuholen. Aber ich freu mich über die Menschen, die da sind. Guck mal. Klee hat schon wieder einen Link rausgegeben. Offensichtlich nicht, wenn man die YouTube-Zahlen anschaut. Ja genau. Mein YouTube-Zahlen... Die sind... Die sind ganz... Ganz low. So. Aber die anderen, die sagen, naja gut. Abonniert halt mal. Aber ich geb mir... Also ich geb mir jetzt schon... Ich geb mir schon Mühe mit YouTube. Übrigens... Da mach ich grad ne Aufzeichnung. Also hallo YouTube. Es wär übrigens richtig geil, wenn du anderen Leuten davon erzählst, dass dieser Kanal dein View braucht. Qualität statt Quantität. Ja, ich weiß es auch nicht genau. In deinem YouTube-Channel kann man richtig was entdecken. Das stimmt. Das kannst du wirklich, weil... Es ist nicht sehr homogen, was ich mache. Es ist sehr viel diverser Kram. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, was man auf meinem YouTube-Channel zu sehen bekommt. Aber ich freue mich über jeden Menschen, der ein Abo dalässt und sagt, naja gut, komm. Da ist so ein Las Vegas-Video von vor 100 Jahren. Das war lustig. Ja, da ist viel Kram. Da ist viel Kram. Das ist ein YouTube-Channel. Das ist ein... Wisst ihr was? Das ist so ein YouTube-Channel, wie von dir und mir eben auch. Das ist so ein... Ohne Plan einfach mal Dinge hochgeladen. So, das ist einfach herrlich. Bei YouTube... Aber ich kann meinen YouTube-Channel mittlerweile monetarisieren. Das ist ganz geil. Und ich freue mich auch über die 100 Euro im Monat. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Also, da liegt es momentan. Und das finde ich auch geil. Sir Crazy, nice that you're here around. Sorry, I couldn't see the Ukrainian Help-Stream. You couldn't see it? Why? Why you... We did it on Thursday last week. Du machst es schon richtig, so wie du es machst. Du bist selbstreflektiv, kommunierst offen und ehrlich und hast Empathie. Leute, die dann noch kritisieren wollen, dass du das nur ausnutzen willst, schließen nur von ihrem eigenen schlechten Charakter auf andere. Ja. Puh, keine Ahnung. Gott auf sinnlos. Fünf Werbeclips, oh nö. Ja, das ist... Ey, ohne Scheiß. Das ist wirklich das Beschissenste gerade irgendwie, dass man hier so viele Werbeclips hat. Ich freue mich natürlich darüber, dass ihr so viele Abos hier reinballert und dass ihr dann damit sozusagen die Werbung ignoriert. Aber, yo, so ist es halt. Keine Ahnung. Mein allererst... Mein allerbester. Didn't see a lot as well. Mostly offline last weekend. Oh, accidental English. Yeah. Kingdom Come Deliverance playthrough was nice. I was working between 10 to 21. You worked from 10 to 21. 11 hours. And was really tight after that. What is your profession, buddy? So crazy. Was working like hell. Das ist bei den anderen Channels auch so. Ja, absolut. Heinz Harz hat halt sehr getrübt durch die Finn-Affäre. Was denn? Heinz Harz. Ja, nee. Ach, Quatsch. Warum? Es hat bei mir gar nichts... Nee. Ey. Es können jetzt Leute... Da muss ich euch mal was kurz sagen. Weil ich mit der Presse auch gesprochen hab. Und sagte noch, ja, dir ist schon bewusst, wenn du dich dafür einsetzt, dass es auch Gegenstimmen gibt. Die dich auch kritisieren werden. So, ja, klar. Ist logisch. Aber jetzt, wo ich vor Ort war, bin ich in diesem Thema sehr... Also, da ist meine Rüstung sehr hart gerade, dass mich da jemand angreifen könnte, wenn mir die Person unterstellen würde, du machst das nur für dich. Oder es passiert nix oder es kommt nicht an oder so. Das ist alles, weil ich... Diese Rüstung ist vorhanden, weil ich alles gesehen hab. Dementsprechend ich weiß, wofür ich das tue. Und dementsprechend, ähm, wird da nichts weiter passieren. So. Das ist schon mal ganz gut. Du verkaufst ja auch nix oder so. Ähm, doch, ich verkaufe folgend... Ich verkaufe... Doch, ich verkaufe schon das. Ich verkaufe euch eine Meinung. Ich verkaufe nämlich indirekt, dass es wichtig ist, zu helfen. Das verkaufe ich hier kompletto. Ähm, das ist auch ein... Das ist ja auch was von... Von Meinungsmachen. Du hast ein kleines Mädchen mit einem Teddy glücklich gemacht. Das ist alles, was zählt. Ja, absolut. Das ist wirklich krass. Weil er bestimmt auch keine politische Aktion. Nee, für mich nicht. Aber du kannst immer sagen, es ist politisch, wenn du Menschen hilfst. Weiß nicht. Also jeder, der es so sehen will, kann es so sehen. Für mich nicht. Für mich ist einfach, Menschen sollten Menschen helfen. Und man sollte dann keine Angst haben, dass Leute das abfuckt, wenn man Menschen helft. Weil dann sind es Arschlöcher. Ja. Aber du kriegst mir auch ohne Sub diese Meinung im Stream. Also würde ich nicht verkaufen, sondern fördern sagen. Ja, das stimmt. Nee, alles gut. Ähm, Sub ist optional. Ja, also Sub... Ich freue mich... Also, ich freue mich über jede Unterstützung. Ich freue mich über jedes Abo. Ich freue mich über jede Spende im Schlagzeug-Stream. Um einfach mein Shit, meine persönliche Belange, mein Kram, den ich irgendwie machen möchte, zu nutzen. Übrigens, ihr habt damit auch mein Zugticket bezahlt nach Frankfurt und zurück. So. Nicht durch die Spendeaktion, sondern dadurch, dass ihr mir halt hier ein Abo dalasst und irgendwie meinen Schlagzeug-Stream supportet. So. Also, ich versuche die Dinge so gut es geht zu nutzen, um für mein Empfinden Dinge zu tun, die mir persönlich helfen. Und vielleicht auch gesellschaftlich helfen. Aber natürlich primär erst mal mir. Weil wenn ich einen Kredit aufgenommen habe für eine Soundkabine und den abbezahle, da habe nur ich was von. Und ihr habt vielleicht Musik-Streams. So. Aber trotzdem ist es halt geil. So. Und die Spenden. Achso. Oh, der Nightbot muss unbedingt noch ausgehen. Weil heute sammle ich keine Spenden mehr über meinen Account. Spenden müssen direkt jetzt an die Stiftung gehen. Das mache ich eben mal schnell, bevor das jetzt falsch rüberkommt. Moment. Das ist mir gerade sehr, sehr wichtig. Zug fahren. Also, ich habe jetzt nur nach Frankfurt oder und zurück 110 Euro bezahlt. Und das war schon das Billigste vom Billigen. Das war dieses Ticket, was auf jeden Fall auf dem Zug liegt. Also, das ist kein Flex-Ticket, sondern das ist Zugbindung, aber ohne. Also, es ist günstig, was du kaufen kannst. Gibt es nicht ab Juni dieses neue Ticket? Ja, das ist geil. Schön nach Sylt. Alle fette Chat erstmal schön nach Sylt. Ich muss eben den rausnehmen. Achso, das ist gar nicht automatisiert, ne? Das ist einfach, wenn man das selber angibt. Krachtisch. Dankeschön. Kann ich das pausieren? Großes Komputetreffen. Ich finde es tatsächlich sehr witzig, muss ich sagen. Lass den Pöbel auf die Insel. Wir wollen jetzt unseren Aperol trinken. Das große Krabbenpoolen-Event. Krachtisch, danke, ne? Habe ich gesagt. Achso, Claire war es. Ja, gut, dann ist ja alles halb so wild. Ist ja cool, wenn Sylt sowas für die Gamescom 2019 wird. Bei Kiki76, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Mit Heinrich. Das große Community-Treffen auf Sylt. Krogmanns-Community trifft sich auf Sylt. Und, ähm, weiß nicht. Wir haben dann so Bier, so ganz lokales Bier. Vielleicht, was gibt es denn in Berlin? Spaten oder so, ne? Dann trinken wir nur noch Spatenbier auf Sylt. Ernsthaft, die Sylter und die Leute, die da und pendeln müssen, tut mir schon leid. Ja, natürlich. Mann, ey. Logisch. Trotzdem. Wollen wir den Rave machen auf Sylt? Ist das gut? Gut, ich muss einmal hier was checken. So. Ähm, ich hab meinen Leuten bei Rocket Beans versprochen, dass ich euch sage, was diese Woche so abgeht. Das mach ich jetzt direkt. Damit ich, damit ich meinen Soll erfülle, dass ich auch ein guter Kollege bin. Und zwar, Donnerstag, 20 Uhr, gibt's ne Sendung bei Rocket Beans TV. Die nennt sich Gamer, warum hast du ne Maske auf? Freitag, um 19.30 Uhr bei Rocket Beans TV. Gibt's das Pen & Paper Tor nach Carcosa. Sag ich euch. So, Servo gemacht. Dieser Name, das ist wirklich geil. Richtig, sehr guter Name. Illegaler Hinterhof Rave. Ich hatte übrigens lang, also, das muss ich nochmal sagen, Leute. Ich hatte die Rave-Jacke die meiste Zeit an. Die Fassbrause Mango von Oettinger ist eigentlich ganz lecker. Ja, ist doch gut. Das sieht doch aus. Wisst ihr, was geil ist? Die sehen auch, das sieht doch ähnlich aus wie Aperol. Das heißt, man könnte dann auch so Bierchen, so Mango-Bier trinken und einfach das als Billo-Aperol-Verschnitt haben. Schon gar nicht ganz geil. Die Rave-Jacke hat's direkt noch ne Spur autoritärer gemacht. Ja, ich hab einfach immer gesagt, ey Leute, man weiß nie, wann der nächste Rave startet. Du musst vorbereitet sein. Und wo ist denn mein Bändchen eigentlich? Moment. Das ist meine Nummer aus der Flüchtlingsunterkunft übrigens. Das ist mein originaler Flüchtlingsbändchen. U73Y. That's me. Und damit hab ich echt gedacht, okay, ich hab die Weste an, ich hab ein Bändchen, man steigt der Rave. Ich misse die Micha-Bros. Die kommen zurück. Ich hab mit Micha heute schon kommuniziert. Wir haben was in der Pipe. Wir haben was in der Pipeline. Jetzt eigentlich heute nur Just Chatting oder Like No Games. Ne, ich hab einfach, ich hab heute kein, ich sag's euch ehrlich, ich bin nicht in der Laune, ich hab, ich hab keine gute Laune. Ich hab keine, ich hab wirklich keine gute Laune. Ich hab keinen Bock auf Games. Ich mein, ernsthaft. Ich hab keine Lust, eine gute Zeit zu haben. Echt nicht. Ich will einfach nur mit euch reden, ein bisschen quatschen, euch eine gute Zeit beschweren, aber ich hab keine Lust auf Games. Wie sieht denn dein Wochenplan aus? Ich hab keine Ahnung. Ich, wirklich, ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Ähm, ich werde Mittwoch trommeln, das steht fest. Und ich werde auch sicherlich zocken nochmal, aber ich bin heute noch nicht bereit, gute Laune zu haben. So siehst du aus, wenn du keine gute Laune hast. Hast du bei Just Chatting keine gute Zeit? Doch, total. Aber ich hab keine Lust, irgendwie was zu zocken und so. Irgendwie ist mein Kopf zu voll mit den Eindrücken vom Wochenende und ich fühl mich grad irgendwie nicht, äh, wisst ihr, wenn ich zocke, mach ich doch so viel Bullshit. Und da hab ich irgendwie heute keinen Bock drauf. So, bin ich ganz ehrlich. Wisst ihr, was ich mein? Also ich will dann auch irgendwie vom Kopf ready sein. Und, äh, für mich ist zocken, ich versteh mich ja auch nicht als Streamer, ich versteh mich als Mensch, der andere Menschen unterhalten möchte. Das heißt, ich mach mich einerseits gerne zum Affen, zweitens stell ich mich gerne dümmer, als ich bin, drittens bin ich dann doch so dumm, wie ich nicht gedacht hab, dass ich wäre. Aber, ähm, heute fühl ich mich nicht bereit, äh, Quatsch zu machen. So, Punkt. Das ist einfach so. Lordwurstbrot, diese Frage wird natürlich jetzt viel, äh, viel gestellt. Was sagst du zu Finn? Ähm, ich glaube, ich kann's nicht ganz auch im Stream wegignorieren, deswegen geh ich jetzt auf diese Frage ein, aber sag dir nur so viel, dass ich, ähm, genauso, also dass ich ja nicht mehr weiß als du oder andere. Und dass ich, also, was ich wirklich nicht mag, also, gar wirklich nicht, nie auch mögen werde, das war schon früher so, dass diese Hau-drauf-Mentalität, dieses wegcanceln oder so, das ist einfach etwas, was mir nicht gut gefällt. Das heißt nicht, dass ich Leute jetzt supporte, die Scheiße gebaut haben. Das heißt nur, dass ich es jetzt, dass es mir gerade noch, nee, dass ich einfach öffentlich das nicht mache. Punkt. Ich hab einfach öffentlich keine Lust, mich über andere Leute zu unterhalten. Wenn jemand Scheiße gebaut hat, ist es so, dann muss das gerade, dann muss das geklärt werden und dann muss man dafür gerade stehen. Aber es geht mich dann nichts an. So. Und, äh, ja, das ist so. Versteht ihr? Das ist einfach kacke. Das ist einfach nicht gut. Und, ähm, Menschen sind fehlerbehaftet. Das war noch nie anders. Äh, und dementsprechend, weiß nicht, ich hab da keinen Bock drauf. So. Man kann doch still sein in meiner Meinung, ob ich mich enttäuscht bin. Ja, auf jeden Fall. Kleine Frage. Ich hab mich nirgendwo geäußert, nirgendwo irgendwas gesagt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht genau wusste, was abgeht, weil ich, äh, auch, ja, quasi, eine ganz andere Mission hatte. Am Freitag bekomme ich irgendwie super viele Nachrichten dazu und denke, what the fuck, was geht ab? So, hab nichts mitgekriegt, ne? Aber die Nachrichten waren eben genau so, äh, formuliert. Ey, bevor du nichts mitkriegst, ähm, und, ähm, nur, dass du Bescheid weißt. Vielleicht solltest du morgen das überlegen, ob du beim Mofa-Rennen moderierst. Das war aber sehr, sehr nett von den ganzen Leuten, äh, weil sie einfach nur sicherstellen wollten, dass mir bewusst ist, was gerade so in der Welt abgeht. Das war sehr, sehr nett. Und dann hab ich's ja auch, äh, abgesagt, tatsächlich. So. Aber jetzt muss man ja mal abwarten. Und mehr möchte ich nicht sagen. Mehr möchte ich, mehr ist auch nicht. Also einfach mal check, abchecken. Und es fand dann auch nicht statt, ne. Ne, that's all. Und unabhängig von allem, das dürft ihr jetzt nicht aus dem Kontext reißen, bitte. Unabhängig von allen, war es für meinen Seelenheil ganz gut, dass ich nicht mehr da, äh, moderieren, moderiert habe. Also wäre jetzt nichts vorgefallen und es hätte stattgefunden und so, dann wäre das für mich noch doppelt so anstrengend geworden. So. Ähm, und dann hätte ich heute, glaub ich, keinen guten Tag, muss ich sagen. Weil das dann doch alles noch mehr verarbeitet werden muss. So, das ist schon, schon viel. Jo, aber das ist meine, mein, äh... Ich bin, ich will auch selber kein Arschloch sein. Ehrlich, ich finde, man driftet schnell ab und haut drauf, Mentalität ist der letzte Dreck. Ähm, ich hab... Ich möchte einfach abwarten und dann gucken wir einfach mal weiter, Chat. Das ist alles. Ne? Ne? Also... Oh, wir haben eine Spende reinbekommen, Leute. Ich hab eine Spende reinbekommen. Vielen, vielen Dank. Wer hat denn hier die Spende reingegeben? Das muss ich direkt weiterleiten. Seine Unterstützung reinbekommen. Eine Dono. Das weiß ich aber nicht, wofür die jetzt gedacht war. Eieiei. Okay, vielleicht hat sich das überschnitten. Oh Mann, oh Mann. Ansonsten wird's für mein Zugticket investiert. Ich weiß es nicht. Ich finde die Leute immer gut, die im Interakt auf jeden und alles direkt mit draufhauen, aber meist komplett uninformiert sind und sich selber kein Deut besser sind, Kruckmann. Ich finde die Leute immer gut? Findest du die? Ist für dich. Ach, die ist für mich oder was? Ja, okay. Dann investiere ich die in Zugticket. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Okay, geil. Vielen, vielen Dank. Ach, Hafentost. Alles klar. Oma, deine Helfer sind sehr toll. Die Helfer sind toll. Leute, ich war da nur zufällig. Ich war da nur dabei. Aber die Menschen, die das regeln, sind halt sehr toll. Oma hat immer gesagt, einfach immer ehrlich sein. Sim, das Mutter hat recht. Boah, ey, die Omas sind eh schlau. Ey, die Omas sind einfach die... Wer noch eine Oma hat, redet mit der Oma. Ähm, die Omas sind einfach super schlau. Ich machte meine Oma sehr gerne. Muss ich euch wirklich sagen. Es gibt... Ich denke fast jeden Tag an meine Oma. Also wirklich. Fast jeden Tag. So, das... Weil ich immer eine coole Frau war. Wirklich. Die haben einen Plan. Möchtest du dich wegen dem 9. Mai nicht mit Games ablenken? Ne, ich hab wirklich heute... Ich hab heute wirklich kein... Äh... Kein Bock auf... Ähm... Auf Games. Ich wollte einfach nur ein bisschen reden. Ehrlich gesagt. Und ich hatte irgendwie Lust, mit dem Chat zu reden. Ähm... Amy, grüß dich. Hallo. Wir sind unfassbar... Amy, äh... Ist eine der... Der netten Helferinnen. Hey Kroge, liebe Grüße aus Frankfurt. Oder wir sind dir unfassbar dankbar, dass du uns so unterstützt. Ganz viel Liebe von der Crew. Ja, richtig geil. Grüß mal alle Amy, Leute. Das... Das sind die wahren Leute, die, äh... Die gut... Die Gutes tun. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ähm... Das könnt ihr wirklich... Da könnt ihr mein Herz da lassen. Äh... Seit... Kriegsstart... Kriegsbeginn... So viel Support geleistet. Wirklich Wahnsinn. Da kann man mal ein bisschen Liebe da lassen. Guck mal. Da kommt Liebe rein. Was geht, Amy? My grandma was always saying, be yourself. Ja. Das ist ein nice saying. So crazy. I wonder... I'm speaking German most of the time. And you're from Spain. And now I wonder... Um... Do you understand at least a little bit? Or... Tell us, please. Maybe I should... Talk a little bit more English then... When you're here around. Because I'm very happy that you're here around. Wie war's beim Muppertrennen? Das war ich nicht. XB. Habe ich auch gerade schon erklärt. Also. Deswegen passt's. Ja, jo. Ich hab da ja gerade schon was zu sagt. Zu gesagt. Dass ich da... Ich find's nicht geil, da jetzt was zu sagen. Zu... Bin... Also. Ich weiß ja nicht mehr, als ihr auch. Und was mir halt leid tut. Das auf jeden Fall. Sind Menschen, die einfach jetzt zum Beispiel da arbeiten und gute Dinge tun. Und einfach jetzt zum Beispiel jetzt auch Menschen, mit denen ich da zum Rennen Kontakt hatte, die natürlich enttäuscht sind, weil sie da jetzt zwei Wochen dafür gearbeitet haben. So, aber naja, ist halt so. Ich hab Deutsch in der Schule. Ich verstehe viel, kann aber schlecht reden. So crazy. That is... That is nice. You choose to learn German in school or was it like, you must do it, to learn German. It was needed to learn it. Also konnte man es mandatory. Mandarary. Mandatory. Was it mandatory? Ja genau. Also ist es ein Wahlpflichtfach gewesen? Oder... Also war es Wahl oder war es Pflicht? Das wollte ich sagen. Jetzt hab ich alles vermischt. Ich hab noch ein Geschenk für euch. Amy, ich hab schon erzählt. Ich hab schon die Weste gezeigt, übrigens. Guck mal, ich hab hier so ein Greenscreen, deswegen sieht man es nicht. Aber ihr, Gerald Hasselhoff, hab ich ein schönes betrunkenes Video. Und Krogi haben unterschrieben. Und da werde ich jetzt heute eine Ebay-Aktion machen. Spätestens morgen und das nochmal rausgeben. Und die Kohle geht dann auch an euch. Das haben übrigens super viele Leute schon bei euch auf einer Website, glaube ich, gespendet. Was sehr, sehr schön ist. Kiles. Rated man in einer Gruppe von 18 Personen. Also meine Theorie ist, Krogi versteht sich mit Jared so gut, weil Jared so gut Deutsch kann, wie Krogi Englisch kann. Das stimmt. Das passt. Evil Fischer? Ne, das ist wirklich der richtige Name. Ich finde übrigens, dass Jared gar nicht so schlecht Deutsch spricht. Ehrlich gesagt. Und was richtig sweet war, während er fährt, hat er die ganze Zeit Vokabeln gelernt. Jared hat, ähm... You had to choose French... German, French or Latin. Okay, and you choose German. Alles klar. Verstehe ich. But I'm speaking really fast German. And you understand me. That's quite nice. Mmh. Latin like Italian. Exact. Ja. Also Jared hat die ganze Zeit Vokabeln gelernt. Auf seinem Handy hatte er eine App. Das ist so eine Art Kreuzworträtsel. Und dann gibt es so Umschreibungen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ähm... Gefäß, mit dem du, äh, ähm, Gemüse oder Früchte waschen kannst. So, das ist halt irgendwie so ein Durchschlag oder Sieb. So, und dann musst du das da eingeben. Das war richtig krass. Aber die ganze Zeit gemacht. Fand ich richtig cool. Also, Jared spricht nicht schlecht Deutsch. Alles gut. Also, finde ich schon. Du brauchst halt, äh, nicht unbedingt. Weil er halt in Berlin einfach mit Englisch klarkommt. Und mein Englisch wird immer besser. Das kann ich auch souverän sagen. Mein Englisch wird immer besser. Darüber bin ich auch sehr zufrieden. Ähm, weil ich hab mich dann auch sehr lange mit, äh, einer Helferin unterhalten. Die ist Amerikanerin, beziehungsweise... Ja, doch, kann man so sagen. Ähm, und, ähm, dementsprechend, ähm, hat's... Doch, ich kann mich gut unterhalten mittlerweile. Das ist ganz geil. Und ich bin mir nicht so schade, hier im Stream ein bisschen Englisch zu quatschen. Und das wird auch immer besser. So, das ist einfach nur... Das ist einfach nur Routine. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo es nichts mehr bringt, dass ich irgendwelche Vokabeln oder Textbücher lerne oder lese. Ich muss einfach nur sprechen. Und, äh, dementsprechend bin ich eigentlich ganz happy, ehrlich gesagt. Also, dass ich halt ein Dialekt habe und Deutsch klinge, ist ganz normal, weil ich... Weil das meine Muttersprache ist. Und das ist das Ding, wo dann immer Leute sagen, ähm, ähm, äh, äh, stinkt aber komisch. Ist aber egal, weil alle anderen finden es nicht. So, das ist einfach... Ist einfach vollkommen in Ordnung. Also, einfach machen. Und, ähm, ist auch so schade, wenn Leute über ältere, äh, Personen eben sagen, oh, die Person kennt ja gar kein Englisch oder sonst was. Das ist nicht so richtig würdevoll. Das finde ich auch immer ein bisschen blöd. Akzent meinst du? Ich habe Dialekt gesagt. Ja, Akzent. Okay, Dialekt wäre deutscher Dialekt. Ja, Akzent, natürlich. Ich finde das immer noch Banane. Vor gefühlt 20 Jahren hast du die Mocke von Jared über MTV und Radio gehört. Und heute fährt er casual mit Krogmann Rettungsgüter an die polnische Grenze. Mind blown. Ja, und traurig. Also vor allen Dingen auch traurig. Ähm, aber ja. Respekt, dankeschön. But we had to choose, so crazy, we had to choose, um, French, Spain or Latin as well. And from 7th to 10th degree, I choose French. Didn't have a clue, I'm totally lost speaking French. And afterwards, from 11th to 13th degree, I choose Latin. And guess what? I have no clue either. That's, that's, that's a problem. Easier. No, 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 no. So, the teacher was a prick, to be honest. Ja. So, ich konnte, ich konnte mich nur zwischen, von zwischen Latin an entscheiden. Spannend, das gibt mir, ja. Sounds nice. Yep. It was. Same Hafentost. Same Hafentost. Okay. Ich höre immer noch die Blatt-Down-Gänge jeden Tag. Das ist schön, da freue ich mich. Ähm, ich habe gerade trockene Ohren übrigens. Great, nicht degree, degree is Temperatur. Ah ja, von 7th to 10th, great. Degree is wrong, degree is Temperature. Ja, das wusste ich. Aber ich dachte, du kannst auch degree sagen, quasi dafür. Naja, egal, ihr versteht mich. Das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich anscheinend noch in letzter Zeit nicht oft erzählt. Dementsprechend fehlt mir da die richtige, ähm, degrees auf Abschluss. Ja, genau, das meinte ich. Das habe ich gemeint, ehrlich gesagt. Aber okay, dann habe ich es dann trotzdem vermischt. Aber es ist wirklich ja auch egal, weil jeder versteht, was man, was man meint. Ähm, und das ist aber etwas, was ich jetzt erst für mich erkannt habe, dass jeder Kommentar in diese Richtung mir ziemlich lax ist, weil ich einfach für mich weiß, ich werde besser und ich kann mich mit Leuten gut unterhalten tatsächlich. Das habe ich jetzt nochmal wieder am Wochenende festgestellt. Ich kann mich mit Leuten sehr gut unterhalten und, ähm, bin, bin echt zufrieden. Also ist alles, alles, äh, alles gut. Dementsprechend sind Kommentare, die mich vielleicht vor zehn Jahren getroffen hätten, weil ich gar nicht für mich geschnallt hätte, warum, warum mich das mitnimmt, ähm, sind mir jetzt ziemlich Wumpe, ehrlich gesagt. Weil es besser wird und, ähm, so. Wenn du dich unterhalten kannst, ist doch alles geil. So, passt. Aber nur, weil die Hamis ja häufig nicht sind. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lass mal nächste Woche nach Amsterdam fahren. Was ist da los? Was ist da, was ist in Amsterdam los? Erzähl mir. Smoking, Smoking Fox. Was, was will der Name Smoking Fox in Amsterdam? Ganz irgendwie süß, wie Sir Crazy mit Kroi auf Deutsch schreibt und Kroi auf Englisch antwortet. Naja, klar, Fehler aufmerksam machen, machen sie doch. Das ist, das passt. Musst du durchs American Football irgendwann dann mehr Englisch reden, da viele der Coaches aus den USA kamen? Ja. Ey, ich sag ja nur, dass, das ist so ein deutsches Ding aber. Das muss man wirklich nochmal kurz sagen. Da bin ich wirklich davon überzeugt, dass das ein deutsches Ding ist. Ähm, denn auch jetzt gerade die Kommentare, äh, nur weil sie höflich sind, das stimmt halt nicht. Wer schon mal in Amerika war, oder auch in England, wird feststellen, dass niemand dort schulenglisch redet. Dass alle so reden, viele zumindest, so reden, wie es irgendwie geht. Du findest, das ist einfach alles so Melting Pot Zeugs. Das ist alles durcheinander. Und, ähm, dementsprechend gibt's da eigentlich gar keine Probleme. Also, so wie ich rede, reden auch andere Leute vor Ort. So, und das ist, die haben halt nur einen anderen Akzent. Aber das ist trotzdem vollkommen in Ordnung. So, das muss man einfach sagen. Und, ähm, Grammatik ist etwas, was wir in Deutschland exakt haben wollen, penibel haben wollen. Aber es ist einfach nicht so, es ist, es ist nicht so das Problem, wie wir es immer darstellen, dass es das Problem ist. Ja? Das ist einfach so. Schick mal jemanden, der Deutsch lernt nach Bayern, der wird irre. Ja, absolut. Letztendlich nur wichtig für wissenschaftliche Arbeiten, exakt. Da muss es natürlich genau stimmen. Aber sonst ist es wirklich kein Problem. Und ich hab mich auch dafür, aber da bin ich jetzt auch so souverän und gefestigt, dass ich einfach dagegen angehe. Weil ich das so schade finde, wenn Leute immer berichtigt werden, äh, also, nicht berichtigt werden im Sinne von Fehler gemacht, das muss ja sein, das mein ich nicht, sondern eher so ein bisschen, mhm, wie soll ich das sagen, despektierlich kommentiert werden von wegen, ah, das ist ja so schlecht im Gegenteil, weißt du sowas, das finde ich irgendwie nicht so cool, weil ich glaube, das ist so ein Ding, Leute würden sich viel mehr trauen, äh, zu sprechen und was zu lernen, wenn sie nicht Angst haben müssten, dass genau diese Kommentare kommen. Da bin ich Gott sei Dank raus aus diesem Mindset. Aber, ähm, ich glaube, das ist so etwas, was man in der Schule so beigebracht bekommt. dementsprechend, ähm, vorgeführt, ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eine gute Sache, wenn man, wenn man einfach weiß, ja, es ist alles scheißegal, mach einfach was. Ja. Äh. Ich arbeite in der Jugendhilfe und wir haben auch viele Flüchtlingskinder ohne Eltern, die nach Deutschland kommen, wo man es auch irgendwie schafft, mit denen sich zu verständigen, ja. Ähm. Dafür brauchst du, also, äh, diese, diese Übersetzungssoftware, also, Google Translator ist natürlich schon mal dein Goldwert, aber funktioniert auch nur so bedingt, natürlich. Jetzt setzt man einen Sack so mit einem Bayern zusammen an den Tisch. Da versteht man manchmal weniger, als wenn dich mit jemandem aufgebrauchtem Deutsch eingeschneitert. Ja. Wie talkst du eigentlich mit mir? So. Pass auf dich auf, Kogi, denn Menschen mit Güte und Empathie sind Magneten von ruchlosen Mitmenschen. Ja, keine Ahnung, habe ich nicht. Äh. Habe ich nicht, also habe ich für mich noch nicht kennengelernt. Ja, es sind immer, es ist immer eine deutsche Einstellung. Sir Crazy schreibt, ich finde es gut, dass Krog mal so schnell redet, da passe ich besser auf. Really? That is nice. Thanks a lot. But I'm willing to speak English as well, because I don't want to be rude. And if you're here around, my friend, maybe it's easier for you to understand English. Therefore, I'm speaking English from time to time. But I would say 99.9% of my viewers here are Germans. Except you and Sam Hallett from Dorset, UK. Gerade einem Kollegen beim Vertrag aufsetzen geholfen, der ist total sensibel und wurde von so vielen Geiern umkreist. Hä? Okay. Katastrophal, hallo. Habe mal versucht, Japanisch zu lernen. Kann jetzt Sachen sagen wie im Kühlschrank ist noch Bier. Das ist doch geil. Ich kann auf Polnisch sagen, man hat die Schlampe einen geilen Arsch. Wollt ihr hören? Okay. Okay, ich lasse den Google. Kann man immer gebrauchen. Das ist doch Allgemeinwissen. Ich habe es von einer Frau gelernt übrigens. Nicht, dass ihr mich jetzt schon falsch einschätzt. Ja? It is okay to speak German on Wanda. If I switch between languages, because German is hard for me. Ja. Ich habe von den Polen gelernt, dass sie einen Satz auf Deutsch lernen und der ist Baby. Komm mit mir nach Hause Kinder kriegen. Wirklich. Kurwa jaka saya bista dupa. Cancel Twitter schon im Weg. For everyone. Ja. Ist der einzige Satz, den ich kann. Habe ich noch nie benutzt im echten Leben. Ich weiß noch nicht. Weißt noch nicht, habe ich jetzt hier für euch präsentiert. Boom. Und damit schneid es raus. Schneid es raus. Mach den schön. Ja, bin Polen. Kenne diesen Satz. Komm nach Hause Kinder machen. Wirklich. Hübsch. I like more to write in English, but I try to write more in German. Ja. Wird mein Klingelton. Ja, das finde ich gut. Neuer Sub-Sound. Das hat ein sehr guter Sub-Sound. Ach, ja. Sag das mal bitte nächstes Mal zur Walle, wenn ihr Skill-Arena habt. Mach ich gerne. Der Cringe ist groß heute. Na, ach Quatsch, ey. Mann, wir sind hier Kumpels. Wir unterhalten uns nochmal. Pierre Krause hat mal in einem Video zu einer Touristin gesagt. Hello, my name is Pierre. I'm very poor and I'm looking for a wife. Magst du mit uns nicht ein bisschen Marbles machen und dann reden? Och, ein Feier. Hey, war beinahe richtig ausgesprochen. Ich feier es dezent ab. Jiggy, jetzt mal sofort Subs rein. Geil. Der Cringe liegt im Auge des Betrachters. Das stimmt auch wieder. Ne, nur reden. Ich hab wirklich, ich hab heute keine Lust, mich anderweitig zu beschäftigen, als mit euch zu quatschen. Hier im Stream meine ich. Also wirklich gar keinen Bock. Wir, ähm, ich hab keine Lust, mein Kopf funktioniert auch nicht so gut heute. Mein Kopf ist sehr, hat viele Trauerwolken. Ich hab wirklich viele Trauerwolken im Kopf und habe keine Lust, jetzt zu murmeln oder zu zocken. Ich möchte einfach nur mit euch quatschen, das gefällt mir gut und das kann ich auch für heute so ganz gut für mich, äh, akzeptieren. Ehrlich gesagt. Aber mehr krieg ich nicht hin. Ja? Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt ein paar Zuschauer haben, keine Ahnung. Ich hab mir, ich, wisst ihr, ich hab mir keine Zahl stehen. Ich weiß immer nie, wie viele Leute zugucken. Weil's mir letzten Endes eigentlich auch egal ist, ob's 20 sind oder 200 oder mehr oder so. Weil ich einfach denke, naja, wenn ich einen Stream anmache, dann bin ich entweder, hab ich Bock drauf oder nicht. Katzen-Nahrung gönnen seit Jahren. 28 Monate schon am Start. Hammer. Richtig geil. Vielen Dank Katzen-Nahrung. Sehr, sehr freundlich. 28 Monate. Jeden, stell dich mal, stell dich mal vor, jeden Tag, jeden, also jeden Monat, seit 28 Monaten, seit 28 Monaten zu unterstützen. Das find ich richtig gut. Find ich richtig gut. Ich muss mir echt nur überlegen, was ich mit diesem einen Video mache, von der, aus der Ukraine, weil irgendwie tut's mir so leid, nichts mit diesem Video zu machen, aber ich weiß genau, wenn ich dieses Video raushaue, dann bin ich, das ist einfach, weiß ich nicht. Dann, das ist schwierig. Das ist das Einzige, was ich nicht genau weiß. Gefällt mir ganz gut, wenn nichts gezockt wird. Liege mit Corona und 39,5 Grad total verschwitzt im Bett und kann kaum den Kopf heben vor lauter Kopfschmerzen. Alter, gute Besserung. 39,5 Grad ist als erwachsener Mensch schon richtig scheiße. Als Kind hat man das, glaube ich, als Säugling und so. Das ist so, passiert halt. Als erwachsener Mensch tut das richtig weh. Ähm, alles Liebe. Was ist mit dem Video? Und zwar, Jared und ich haben doch mal einen Support-Stream gemacht, bei dem sage und schreibe 5000 Euro zustande gekommen sind. Da haben wir doch Westen und Helme für besorgt. So eine ganze Menge. Irgendwie 22 Westen oder so, schusssichere Westen. Und jetzt haben wir Videos bekommen, zurückbekommen, auch zusammengeschnitten, schon vor Ort zusammengeschnitten von Leuten, ähm, von der Valeria, das ist eine Bekannte von Jared, ähm, die, die Westen verteilt hat. Diese Westen sind zum einen bei Leuten untergekommen, privat irgendwie, die das brauchen zum Schutz, aber auch bei ein paar Soldaten. Jetzt haben wir Videos zurückbekommen von den Soldaten, die sagen, ey, Jared und Krogi, herzlichen Dank, schaut euch meinen geilen Helm an. Der ist einfach Hammer. Danke für den Support von eurer Community. So im Wortlaut. Ähm, was ja auf der einen Seite bedeutet, die Sachen sind da gelandet, der Support ist da gelandet, wo er sein muss. Sau geil. Auf der anderen Seite ist das aber dann ein Soldat und keine Privatperson, die jetzt einkaufen geht. Und ich weiß nicht genau, was ich damit mache. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist der Punkt. Und das Video ist fünf Minuten lang. Die Valeria führt da durch. War letztens bei Denzel im Stream und soll mal nach der Geschichte fragen, wo ihr euch fast geprügelt hättet mit jemandem. Möchtest du uns davon erzählen? Ja, er sagt sogar, er ist stationiert vor einem, äh, Krankenhaus tatsächlich. Ja? Sie sagt einfach, Leute, wir brauchen mehr Support, auch schusssichere Westen und Helme. Ist mega geil, dass ihr das macht, weil, ähm, wir hatten vor, vor dem Krieg irgendwie 200.000 Soldaten. Jetzt sind wir bei zwei Millionen und wir kann gar nicht, wir können das gar nicht, äh, alle ausstatten. So, ähm, die Frage ist nur, ob ich mir diesen Schuh jetzt so öffentlich anziehen möchte. Versteht ihr? Das ist so der Punkt. Aber es ist wirklich sonst ein, krass, ähm, dass ein Mensch, der dir nackt ist. Ich glaube, das sollte genug sein, ja. Ähm. Habt ihr die Westen vorher getestet? Okay. Ja, Jeremy hat auch noch ein paar Westen mitgebracht am Samstag. Da, da musste ich immer einen Bauch boxen. Fast handgebrochen. Worum es mir geht, ist eigentlich nur, dass Menschen sich Mühe gemacht haben, diese Videos zu machen. Die wollen ihre Dankbarkeit ausdrücken, wollen natürlich im weiteren Umkehrschluss auch sagen, ey, wir brauchen mehr Hilfe. Das ist auch ganz klar. Aber ich möchte eigentlich euch allen auch beweisen, dass die Dinge da ankommen, wo sie gebraucht werden. So, das ist auch eine Form von Validierung, ja. Ähm, auch Hammer. Frag doch mal jemanden, der die Erfahrung auch schon gemacht hat, wie man mit dem Video umgeht. Wen soll ich denn da fragen? Lösung, Jared soll es veröffentlichen. Ja, Jared, äh, ich glaube, der weiß einfach, im Stream passt es besser hier, ehrlich gesagt. Ich stelle es wieder doch ins Discord. Das kann ich machen. Ich stelle es ins Discord. Ich stelle es ins Discord und dann guckt ihr mal selber rein. Entscheidet selbst. Entscheidet, was ich damit mache. Ja, Leute. Bumblebee-Tuner. Finde ich irgendwie eine schöne Idee mit Discord, ehrlich gesagt. I know you say the truth, you don't have to prove. It's not so easy. So crazy, it's not so easy nowadays, to be honest. Because it seems like I'm a nice guy, but you don't know me. And I have to prove. When I, when I accept your money to, and I say I will do good thing, good stuff with it, it's even more important to check, that's the reality. Therefore, I'm thinking, me thinking, I'm, I must prove, what will happen, or what happens with your donation. Especially, when I'm doing it for the good cause. And, that's the problem. Irgendwer wird das teilen, keine gute Idee. auf nicht gelistet zu laden mit Chat-Command. Your eyes are honest, I believe you. My eyes? What kind? Are you a magician? Sir Crazy. Crazy. Es ist einfach, äh, 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 danke für den Spannungsstream, bisschen guter, freu mich immer nicht zu sehen. Dankeschön. Ja klar, wo es immer mittendrin steckt, ist Pazifismus bestimmt schwer zu leben. Ist sehr ein, ist, äh, es ist eher ein Pro, dass dich das tangiert. Das heißt, dass dein moralisches Denken doch recht ausgeprägt ist. Ja. Die Brüche in deiner Familie sind super. Ich bedanke mich, äh, für den Support meiner Familie. Der liebe Korkmann will nicht den Kliemann machen. Hm. Das, äh, würdest du denn mit dem Video anders umgehen? Nee, gar nicht anders. Nee, gar nicht. Ey, das hat mit mir nichts zu tun. Ich hab das schon eben gesagt. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich, äh, bin, ich denke, erstens will ich da, ich will jetzt auch nicht darüber urteilen, öffentlich, Punkt. und, ähm, ich finde, sobald ich die Möglichkeit habe, darzustellen, wie Dinge genutzt werden, ist es meine Pflicht, das zu tun. So. Und, äh, ich hab mir doch im Vorfeld, was glaubt ihr denn? Ich hab mir doch im Haufen, tonnenweise Gedanken gemacht, ob ich vor dem ersten Spendenstream mit Jared, ob das etwas ist, für das ich meine Fresse herhalten will. Also, das ist doch klar. Ich kann doch nicht einfach sagen, ja, ich mach jetzt Support und, und helfe und morgen wird das kein Schwanz mehr interessieren. Das, so funktioniert das nicht. Ähm, ich hab mit politischen Themen grundsätzlich nicht viel in der Öffentlichkeit am Hut, weil mich, weil ich einfach denke, ich will einfach leichte Kost bieten. Mich freut es, wenn Leute mir schreiben, ja, ey, du hast mir heute einen guten Tag beschert, weil du einfach ein netter Typ bist. Das ist doch geil. Das freut mich. Hab mit diesem politischen Kram einfach, hab ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. aber die Welt ist gerade irgendwie schwierig und wenn man irgendwie, und ich hab auch keine Lust, immer wegzugucken, weil das mich auch, das macht mich auch irgendwie krank. Und dementsprechend hab ich mich dazu entschieden, zu sagen, ja, wir machen jetzt was. Das ist alles. Versteht ihr? Das ist, deswegen, das hat das nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, die jetzt am Wochenende passiert sind, in Bezug auf andere Leute. Ja. Jiggy Norris, vielen Dank nochmal für deinen Support. Ich kann euch ja mal, ich kann euch mal, ich zeig euch mal einen Screenshot. Ich zeig euch mal einen Screenshot von dem Video, damit ihr einfach mal wisst, wovon wir reden, ja. Damit ihr wisst, wovon wir reden. Also, erstmal durchs Video führt Valeria. Valeria ist eine Bekannte von Jared, und Ukrainerin ist vor Ort und, ja, im Kontakt mit den, äh, Supportern. So. Die kennt ihr noch aus dem letzten Video. Das ist Valeria. Das Video ist fünf Minuten lang. Und dann sagt sie halt, wie die Situation ist gerade und sie hat nicht viel Zeit und dann zeigt sie, sozusagen, ey, sagt sie Danke, ey, die Helme sind da und die Westen und so und wie geil das ist. Ein Video hab ich schon mal hochgeladen, das ist, ähm, bei, bei, bei Instagram, das zeig ich auch nochmal in Screenshot, das ist da auch mit drin, das ist dieser Dude, der einfach sagt, ey, Jared Kogi, geil, Westen sind angekommen. Aber dann wird's ein bisschen mehr. Dann wird's ein bisschen, dann sagt der nochmal, yo, ey, alter, guck mal, hier ist der Helm wieder und die Weste. Einfach geil, wir sitzen hier gerade im Wald. so, die Dudes erzählen ein bisschen was. Das ist schon super interessant. Ähm, und da gibt's so ein Video aus dem, aus dem Keller von diesem Dude hier, der auch sagt, ey, alles ist geil, hammermäßig, was ihr macht. Dann gibt's noch ein Video, das ist, wo sie einfach zeigen, wie sie trainieren mit der Weste. Sie haben es sehr ernst gemeint, gemeint. Äh, op, Moment. So, und ich weiß nicht genau, wie das aufgenommen wird. Sag ich euch ganz ehrlich. Weil das ist einfach, das ist real. Das ist einfach, das ist einfach ein echtes Video. So, ähm, und ich find's halt cool, dass sie das ernst nehmen, weil wir es, aber es ist halt schon, hier, da machen sie halt so Training Sessions mit den Westen und ja, dann zeigen sie noch mal Eindrücke von vor Ort, da wo sie halt leben. Das ist, ähm, vom, aus dem April, da fahren sie, das ist ein Video, ne, da fahren sie durch die Gegend und, ähm, ja, man ist ja auf einmal so, weiß ich nicht, ist doch top. Problem ist ja auch, dass man die Orte auf dem Video wiedererkennen könnte. Ne, ne, das, das, also die sind nicht dumm, ne, die sind nicht, die sind nicht dumm. Äh, die, die haben das schon alles, das ist alles safe. Also, das ist ja ein Video, was sie quasi Jared und mir geschickt haben, um zu sagen, ey, danke Leute. Wo genau kann man die Videos denn anschauen? Gar nicht gerade. Die kannst du gerade gar nicht sehen. Ich hab nur in Frage, ich hab nur gesagt, dass es mir leid tut, dass ich nicht weiß, was ich damit mache. Mir tut es einfach leid, weil Leute sich da Mühe gemacht haben und ein langes Video erstellt haben, um sich zu bedanken und um die Situation vor Ort hinzuweisen. Ich weiß aber nicht, ob meine Rolle ist, jetzt gerade Kriegsberichterstatter zu sein. Dementsprechend hab ich euch gerade nur ein paar Screenshots gezeigt, aber ich kann euch damit belegen, dass die Hilfe, die ihr gegeben habt, da ankommt, wo sie ankommen soll. Und das ist das, äh, das ist das Krasse. Punkt. Ja. Und jetzt möchte ich, glaube ich, und da jetzt keiner mir so richtig sagen kann, was abgeht, ähm, äh, weiß ich nicht, was ich da machen soll. Punkt. Ich kann dich ja verstehen, aber irgendwie höre ich gerade auch alle Medienberater aufschreien, meinst du nicht? Was meinst du damit? Also was, ohne Wenn und Aber, führ das mal bitte aus, weil diesen Satz kann ich gerade nicht deuten, den kann ich in ganz verschiedene Richtungen deuten. Ähm, sag doch einfach, What the fuck, ihr habt eurem Part getan, Thema erledigt, wenn sich neue Gelegenheiten bieten, neue Entscheidungen treffen, diskutieren, einstellen, unnötig. Kannst du es nicht einfach im Stream zeigen, ohne hochzuladen, dann sehen es nur Leute, die gerade hier sind. Kroge, einfach der beste Mann, der Einzige, der mit den Leuten aus dem Circlejack umgehen kann. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich danke dir. Nein, die Veröffentlichung, die Ersteller des Videos haben gesagt, bitte haut das raus. Die haben das für uns erstellt. Versteht ihr? Die haben das nicht für mich privat erstellt. Die haben gesagt, bitte teilt das. Finde es nur immer ein bisschen schwierig. Punkt. Deswegen würde ich gerne hören, was ohne Wenn und Aber jetzt mir schreibt, weil bitte nicht veröffentlichen, um sie zu schützen. Jaja, also wenn ich es jetzt hier als im Stream zeige, dann ist es veröffentlicht. Das ist klar. Wirklich brisante Sachen. Mach ich. Das sieht halt visuell brachial aus. Schwarze Masken, Wälder, Keller und so weiter. Ich fürchte um das, was passieren kann, wenn es aus dem Kontext gerissen und umgeschnitten wird. Ja, Mann. Das sehe ich halt auch. Genau so ist es. Danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Dann sind wir der gleichen Meinung. Und ich habe damit glaube ich schon mal euch bewiesen, hoffe ich, dass das alles Realität ist, was hier passiert. So. Das ist glaube ich wichtig. Punkt. Dann überlege ich mir mal weiter. Wenn ich du wäre. Ja, aber die sagen immer meinen Namen. Ich kann es an Nachrichtenagenturen senden. Die sagen aber immer meinen Namen. Yo, thanks Jared and Krogy. Here, look at my new helmet. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, ob ich das so will. Punkt. Ja. Also es ist schon ein bisschen befremdlich, Soldaten zu sehen, die einfach da sagen, yo, ey, danke, Alter. Aber natürlich sind das nur ein Teil der Sachen. Die anderen sind ja auch, also das ist natürlich alles humanitär, weil die eben einen, wie sie auch sagen, einen Krankenhaus beschützen. Das glaube ich auch alles und ist ja auch alles total gut. Aber ich wollte es euch einfach nur mal einfach mitteilen und jetzt haben wir das öffentlich diskutiert und passt. Danke dafür. Dann hau mit einem Intro zur Einordnung. Ja, ich hab doch jetzt gerade da, das ist doch, das kann ja auch schon das Ende sein, Elmatico, weil ich jetzt ja gerade davon berichtet hab, dass es diese Einordnung gibt und dementsprechend nein, da wird niemand, da sind niemand erschossen, da sind ja auch nur Westen, also alles cool. Also das wäre ja fürchterlich. Da würde ich gar keinen Bock, Bock drauf, auf so krassen Shit. Aber es macht, jetzt schreibt Modosko nur den Leuten in Verfügung machen, die es gespend haben, das macht ja keinen Unterschied. Wenn du was veröffentlicht, ist es veröffentlicht. Das macht ja keinen Unterschied. Dementsprechend. Ich überleg noch mal, was ich damit mache. Lass uns davon mal kurz Abstand nehmen. Kann ja wie gesagt nur sagen, dass es cool war, wie ihr weiter supported habt und ja. Hat es für dich einen Mehrwert, das Video zu veröffentlichen? Nö, für mich hat es nur Nachteile. Für mich hat es nur Nachteile, weil ich mich dann in eine Position begebe, in der ich nicht sein möchte. Aber mir tut es halt leid für die Leute, die sowas erstellt haben. Das ist das Ding. Aber für mich hat es, für mich hat alles keinen Mehrwert. Für mich hat es auch, also, weiß nicht. Ja, nee, das bleibt, das, ihr habt auch vollkommen recht, man kann auch nicht dafür gerade stehen, was, wer die Leute sind und so. Ähm, und dementsprechend gibt es ein personalisiertes Danke. Das ist auch gut. Die verstehen das schon, Herr Bundeskanzler. What? Naja. So, was machen wir jetzt? Ach so, können wir, können wir jetzt mal einen Cut machen? Können wir einen Cut machen oder habt ihr noch Fragen? Ich warte mal kurz, habt ihr noch Fragen zu der ganzen Thematik mit dem Wochenende und so? Sonst würde ich jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Es gibt wieder noch einen Zeitungsbericht. Mit Delta Radio habe ich noch einen Termin und, ähm, dementsprechend frage ich mich, was ihr sagt. Ich habe schon fünf Cuts. Hallo? Chat? 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 Katte. Okay. Wisst ihr, welcher Tag gestern war? Und jetzt denkt nicht politisch. Wisst ihr, welcher Tag gestern war? Ich mache so ein, jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen, habe ich ein Hashtag Werbung hier? Ich kriege kein Geld dafür, aber ich kann euch was Gutes tun. Gestern war Muttertag, ganz genau. Wisst ihr, was aber auch gestern auch war? gestern war das Jubiläum eines legendären Mikrofons. Und zwar des Babadabau. Des SM58. Und jetzt wird's geil, weil, Leute, dieses SM58, das könnt ihr kriegen. Ernsthaft jetzt? Hashtag Werbung. Ich kriege keinen Cent dafür. Aber, ich gebe euch ein limitiertes SM58 in grün. Man kann's nicht sehen, weil's einfach komplett grün ist. Das ist einfach komplett ho grün. Ist das funny. Geil. Es sieht wirklich Hammer aus. Und, ähm, das haue ich raus bei Instagram. Also macht Sinn. Es kommt gleich eine Story dazu. Doch. Das ist einfach, das ist wirklich richtig schön. Ähm, der bessere Feiertag ist der Jubiläumstag des SM58, einem sehr guten Bühnenmikrofon. Und, ähm, es sieht einfach geil aus. Es klingt geil. Also, es ist halt, klingt wie ein SM58. Leute, die das nutzen, werden wissen, wie es klingt. Ähm, ist die eierlegende Wollmichsau auf deutschen Bühnen und auch auf internationalen Bühnen. Also, auf allen Bühnen dieser Welt quasi. Und, äh, da kann ich eins von raushauen. Aber, in dem super special grün, was wahrscheinlich arschteuer ist. Ich nehme an, dass es ein richtig teures Mikrofon ist, was sonst halt, sonst kostet ein Essen um die 58 um die 100 Euro. Ich glaube aber, ein limitiertes Ding davon, von Schuhe direkt angepinselt, ist richtig teuer. Glaube ich. Und, ähm, dementsprechend, da war der Nils doch voll scharf drauf. Ne, wirklich? Und dementsprechend mache ich das bei Instagram, äh, einfach nur, damit ihr alle auf meinem Instagram-Kanal folgt. Ich werde nämlich, ich habe mir nämlich überlegt, meine, meine schlauste perfide Art dieses Internets ist es, euch immer auf verschiedene Plattformen von mir zu lotsen, um da Dinge zu verschenken. Das, ich glaube, so läuft das. Ich glaube, ich muss euch einfach immer so ein bisschen mit der Gießkanntechnik auf verschiedenste meiner Social-Media-Plattformen, ähm, bringen und da mache ich gleich ein Posting zu. Ist das geil? Seid ihr, seid ihr stolz? Ich bin ein richtiger Hertenfänger. Seid ihr zufrieden mit meiner Einstellung? Außer auf seinen Insta. Was soll da passieren? Habe ich sowas eingelegt? Ja, tatsächlich. Ne, YouTube gibt's nur. Ne, versuchst du schon eine Weile mit Tapete, et cetera, sein Mikro zu verstecken. Wirklich? Damit wer mit diesem Mikrofon, dann muss er mitmachen beim, beim, beim Gewinnspiel. Ich bin Rattenjunge. Komplett. Okay, Musik. Da muss ich euch jetzt in meinen Instagram-Channel reinballern, ja? Was macht das jetzt? Warte. Ich mach das direkt rein. Und zwar, ah man, ich bin auch wirklich so ein berechnendes Arschloch. Hammer. Hammer geil von mir. Normalerweise verstehe ich Deutsch, aber das war zu viel. Okay. Yesterday was the international Shure SM58 Day. It is a microphone from the company of Shure. The microphone is used normally on stages. And it costs around 100 Euros. And because of their anniversary, they did a special edition totally in green. And I can, it is a giveaway for the community and I'm able to give it maybe to you. If you join my Instagram-Channel, I will do an an story and story about it and you can answer a question and then you're good to go. That's it. So, jetzt alle drauf gehen. Punkt. Was haben wir noch zu berichten? Wir haben über viele Dinge gesprochen heute. Es gefällt mir gut diese Streams. Laber-Streams sind irgendwie gut, oder? Was meint ihr? Hab kein Instagram. Ja, nicht mein Problem. So viel 89. Sam Hallett, my friend. Sam Hallett. Was your road trip good? Was awesome watching you and Jared on your journey? Sorry, have no Instagram. Good luck, Germans. Yeah, it was interesting, Sam. It was a bit hard to understand what is going on in the world to be honest and my memory is full my brain is full of memories I wanted to say and therefore I'm not sure if it was a good trip but obviously it was a necessary one and and therefore yeah it was it was good to do it and thanks that you watched and I hope we did a few good things and therefore it's all it's all we need my memory is full of brains that's right How's life in UK, Sam? Tell us But it's not easy to understand Sam that's that's real Eko ich habe letztens in einem deiner Streams als du Auto gefahren bist das Lied No Rain von Blind Melon gehört und höre seitdem häufig sehr gerne Huge respect for doing it Thank you Sam Wednesday is a drum stream are you coming are you there will you be there we're going to do some good Scooter music tracks on Wednesday believe me I'm in a rave mood yeah it's okay sun is shining everything is good nice that's easy chat ich weiß nicht haben wir noch irgendwas zu klären ansonsten esse ich gleich mal was und dann muss ich auch weiter arbeiten Prodigy also ja zum Beispiel Prodigy ist gut ich bin auch großer Greta von Fleet Fan seit I'm Stream Jared und ich haben auf jeden Fall gesagt dass wir auf die Bühne wollen Jared und ich haben gesagt wir wollen zusammen auf die Bühne gehen das ist doch auch mal eine gute Sache oder und zwar Jared am DJ Pult und ich an den Drums was haltet ihr davon ich finde das ist eine gute Kombination yeah I'm off this week we'll be there oh nice enjoy your your free time ich glaube es könnte ganz geil werden ehrlich gesagt Jared muss nix tun außer sein ähm außer sein DJ Set und ich kann dazu trommeln ich glaube das ist eine gute Kombi ich glaube das wird mir Spaß machen hab Jared gefragt ob er den Sprintstil von Tom Cruise geil findet dann hat er das gelackt er hat es aber beantwortet ich weiß ich kann mich genau dran erinnern er hat es beantwortet er hat irgendein Bullshit drauf geantwortet um das mit und ich glaube auch dich ein bisschen beleidigt bei der Frage bei der Antwort der Frage sehr gut isn't the only son in UK the newspaper Sam Hallett Kappa Chris ADV Wahnsinn dass ihr alle auf dieses Thema eingeht nein ich bin ich bin kein ich bin kein Pimmel ey ich rede ich hab da keinen Bock drauf einzugehen so weil wir haben alle die gleichen Informationen so und ich bin kein Typ der es geil findet in der Öffentlichkeit über irgendwie das mach ich einfach nicht so hab was hab keinen Bock auf irgendwelche Scheißthemen so das ist einfach nicht ich weiß nicht ist nicht meine Art also Punkt so Social Media Druck ja bei mir halt nicht so was soll ich machen das wer macht denn den Druck Page 3 of the sun used to be good is it the page with the with the nude people are there nude people on page 3 Sam is it is it still a thing in UK watching nudes hast du zufällig eine verwandte Hebamme ist ja ein lustiger zufall nein hab ich nicht nein hab ich absolut nicht gibt genug Drama auf Twitch ja sollen die die sollen alle ihr Drama selber machen ohne Scheiß sollen die Drama selber machen Drama ohne mich wirklich aber natürlich auch schlecht für die Klicks muss ich auch sagen ich könnte hier auch ein schönes äh schönes Klick 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 Glor Event draus machen aber geht nicht also bin auf den Weg für eure Kombo braucht ich kann Bass und Munda Monika ja Topless back in the day nah has all gone a bit conservative here same same with the Bild Zeitung but I don't care because Sam you as you know there are some other platforms like OnlyFans are you a subscriber to any OnlyFans channels click a renew bei rb herrscht korps geist ich verstehe es nicht was das ist michel nur noch 15 ich würde auch gerne wenn das eine beleidigung war dann möchte ich sie auch gerne verstehen aber ich bin zu dumm dafür ich ich habe keinen plan alter es tut mir leid ich weiß nicht was du sagen wolltest einfach ein klick bei video zu youtube was ich dazu sagen wollte dass du nichts zu sagen wirst ja das ist gut das ist gut aber mache ich auch nicht belasto onlyFans has best selection of fans and ventilators ja langsam haben wir doch auch nichts mehr zu erzählen oder jetzt mal ehrlich wir haben doch einfach nichts mehr zu erzählen ich könnte noch eine kleinigkeit essen oder nimmst es 10 epic weapons first hour in elden ring ist das wahr wollen wir mal aber kann man damit also wie sollte ich denn jetzt dieses video betiteln ich habe die ganze zeit aufgezeichnet und ich bin ja ganz hart erpicht dass leute meinen youtube channel angucken aber kein schwanz interessiert sich für meinen youtube channel was auch in ordnung ist weil ich einfach wahrscheinlich nicht die scheiße mitmach die die gefordert wird im internet aber wie soll ich denn jetzt dieses video nennen damit einerseits leute das angucken wollen und andererseits es nicht zu klickbaitig ist gebt mir doch mal einen tipp ich habe keine ahnung ich meine es ganz ernst ich bin da nicht so versiert die wahrheit über evil jared hasselhoff die wahrheit ist damit es kein clickbait ist jared schnarcht nur minimal aber er schnarcht und er lernt vokabeln während der fahrt das ist die wahrheit du hast einen youtube channel jaja das ist zu viel bait finde ich auch melancholischer start in den tag ich jared am ei keine stelle name was für ein thumbnail brauche ich was für ein passende i'm going back to work much love everyone sam have a good one see you on wednesday it was a small chat here but you are friend of the house next time you will receive a club sandwich from the club of the lovers all the best for you see you that's it krogi wärmung in jedem bus club sandwich so ist es idee idee darüber will kobe nicht reden zu dolle ich weiß auch nicht ich werde wahrscheinlich einfach nur schreiben jo hier waren was weiß ich ich habe noch nicht mal bilder gezeigt oder so oder irgendwelche videos die ich noch habe aber es kommt ja noch es kommt ja noch die große es kommt ja noch die große Abrechnung auf youtube die große Abrechnung kommt ja noch geht alles schief wegen fan das stimmt allerdings auch nicht weil es nicht alles schiefgegangen krogi könnte try not to love challenge videos machen das finde ich gut waren wir noch das finde ich richtig gut können wir das nicht jetzt eben übernehmen oder ich nenne das video nur ich ich alleine das leben mit mir selber machst du im Sommer nochmal geocaching streams ja auf jeden fall also wie gesagt ich möchte gerne regelmäßig stream ich möchte auch gerne verbindliche zeiten haben aber ich kann es so schlecht weil dinge passieren im leben und deswegen kriege ich das so schlecht hin aber sehr sehr gerne sehr sehr gerne sowas zocken ich wurde auch eben gefragt was willst du nach elex zocken gibt es da irgendwas ja ich habe tausende ideen wirklich tausende ideen michael reinko und ich hier werden zurückkommen das steht auch schon fest aber nicht auf meinem youtube channel bei rocket beans aber auch nicht so krass wie ihr das jetzt denkt vielleicht sondern einfach mehr so punktuiert und das ist auch auf jeden fall geil und ja ich möchte auf jeden fall viele dinge machen und deswegen habe ich ja auch letzte woche den stream anderweitig genutzt als man es vielleicht sonst gewohnt ist bei youtube war auch sehr sehr schön und ich freue mich einfach über euren support ich freue mich darüber dass ihr hier da seid dass abos reinfliegen und spenden und so das ist einfach total geil versuche das ordentlich zu nutzen irgendwie meinen scheiß zu bezahlen und dann ist auf jeden fall geil so und dementsprechend bin ich happy ich möchte nach elex 2 auf jeden fall auch cyberpunk spielen weil ich glaube cyberpunk ist genau das richtige spiel für mich im stream weil ich leuten aufs maul hauen kann das brauche ich ich brauche looten und leveln aber auch gepflegt nochmal aufs maul hauen das ist einfach mich 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 ja das bin ich einfach das ist einfach wichtig versteht ihr das muss einfach passieren chris adv abonniert für eine stufe ne abonniert auf stufe 1 für drei monate im voraus vielen dank sehr sehr freundlich wirklich sehr sehr freundlich super super geil dankeschön sehr sehr nett ähm dementsprechend ja gibt viel zu berichten gibt viel zu tun aber passt ich hätte gerne noch 20 minuten mit euch dann habe ich nämlich zwei stunden aufgenommen ich finde das ist eine gute sache können wir noch 20 minuten themen finden hat jemand eine idee für 20 minuten themen mich ja mit neuem spiel oder einen piranha bei stitel ne 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 also kein neues spiel aber kein piranha bei spiel und er dinge die also wir probieren einfach mal was aus punkt probieren einfach mal was aus kein bock auf höflichkeit passt doch da ist kein bait drin wie war dein kaffee sehr gut ähm beste pizza margarita believe it or not margarita ist die beste pizza ja dein kontext content ist mega bunt sehr sehr geil ja dankeschön elektronische drum sets ey roland äh ohne dass ich irgendwie kohle krieg roland drum sets sind einfach gut ähm schur video gibt es dann bei instagram da kriegt ihr ein mikrofon wenn ihr wollt und was haben wir noch äh zockst du auch mit anderen streamern oder rbtv ja auf jeden fall mir macht es ja auch bock wird hat mich auch für heute abend gefragt ob ich mit marika zocken will und so also geht da auf jeden fall bei wird hin aber ich hab heute einfach ich hab einfach keine lust irgendwelche spaßigen sachen zu machen ich hab einfach keinen bock drauf das äh klärt mir alles noch so im kopf ein altes spiel aber nicht von aber nicht von piranha balls und endlich wieder mehr dachs aber genau dass wir wenn reinka und ich spielen endlich endlich zu äh wirklich endlich spielen wir auch dark souls kira braucht mal hilfe in ihrer backstube hat sie eine backstube was ist das beste schnitzel ich finde schon der schlemmerschnitzel ist geil am besten nach jägerart ich muss schon sagen das beste schnitzel ist leider einfach auch das asozialste also das wirklich das beste schnitzel ist einfach ein kalbsschnitzel und das ist einfach asozial das zu essen aber es ist einfach das beste schnitzel es ist einfach wahr ein kleines junges Kalb was sehr jung sein muss damit es gut schmeckt schmeckt einfach auch geil es ist einfach abartig aber es ist einfach herrlich ihr habt es bei mir zuerst gehört Punkt die Katze guckt schon ja aber ich mach dir auch deine Mic-Streams mit dem Kumpel von Schuhe gibt es eigentlich was Neues bei dir in Sachen Equipment ob es was Neues bei mir gibt äh es gibt jetzt ein SM58 das ich raushalle haue das ist ja fürchterlich ja es ist die Wahrheit schmeckt einfach geil aber ich sag dir nicht dass ich das esse schmeckt einfach gut lieber vom dicken Schwein ich verstehe dieses Unding nicht ein Steak in Panima zu wälzen mir reicht offenes Feuer und das Fleisch kommt so auf den Rost lasst uns lieber lasst uns lieber hier äh keine Werbung machen lieber sagen ey überdenkt euren Fleischkonsum und bringt den in ordentliche ähm nachvollziehbare Mengen finde ich gut Marketing-Idee nur Fleisch von Gasting-Tiere diese Kuh war ein Arschloch ja das ist äh das funktioniert auf jeden Fall oder mal kein Fleisch genau ja das meine ich ja damit ich ja es gibt wirklich sehr sehr gute äh Fleischprodukte also fleischlose Produkte die man essen kann äh Ersatzmittel und äh ich brauche auch nicht viel also fast gar nichts ist gut sag mal cool wie oft brauchst du denn drum eigentlich neue Fälle was sind diese Ghost Notes und wie funktioniert jetzt alles also neue Fälle brauche ich ungefähr alle vier Wochen ähm da geht auch ein Haufen Geld bei drauf aber ich spiele ja auch jetzt ordentlich und ähm Ghost Notes sind ganz leicht betonte Schläge oder sind unbetonte Schläge eigentlich ganz leicht gespielte Schläge zwischen den Hauptschlägen die halt betont werden so und was brauchst du noch wie funktioniert jetzt alles ich hab schon ein Übungsvideo aufgezeichnet mit Cody das könnte ich angucken in mein auf meinem YouTube Channel da möchte ich nicht mehr zu sagen aber ihr müsst bis vier zählen können das ist Voraussetzung damit ihr Schlagzeug spielen könnt viele Leute können bis vier zählen und diese Menschen die bis vier zählen können die werden alle Schlagzeugspieler lernen können da bin ich von überzeugt das ist keine großartige Kunst äh einfach nur Schlagzeug spielen zu können dann kann man es natürlich verbessern irgendwann wird es auch das ist auch schwer ähm aber man kann irgendwann alles spielen außer Tool denn Tool ist eine Musik äh Art beziehungsweise eine Band die Musik spielt die meiner Meinung nach nur für Mathematiker geeignet ist ähm die Tool zu spielen ist sehr sehr schwer bis vier zählen das war schon mal nichts für die Ritter der Kokosnuss so ist es wie schreibt man das T-O-O-L ist eine Band Danny Carey lacht gerade und zählt aber bis 13 so ist es das ist wirklich wahr Danny Carey ist ein ein wahnsinniger Trommler wirklich toll aber eine Sache muss ich euch auch ehrlich mit ihr merkt schon heute bin ich hier sehr ehrlich äh kommen sehr ehrlige Statements Musik die nur für Mathematiker gedacht ist ähm die macht mir keinen Spaß also äh ich hab da großen Respekt vor aber es geht auch um die Spaß Komponente bei mir ganz oft und mir macht Tool einfach keinen Spaß also selbst wenn ich mich jetzt hinsetzen würde um das üben zu müssen würde ich das tun äh wie ein Referatler das macht mir einfach keinen Bock alle Bands im Math Rock und Progressive Rock Genre ja alles nur droppt bei Fleischalternativen müsst ihr immer die aus Erbsenproteinen nehmen habt ihr rumprobiert bei Soja wird es oft eklig aber alles aus Erbsenproteinen ist geil steckt viel Recherche hinter der Aussage ja das verstehe ich Videotitel Krogi ist heute ehrlich im Real Talk ja Rockerkodl Dankeschön für die vier Monate bin bei Tool wieder zum Zeltplatz gegangen bei Rocker im Ring 2019 ja aber immer nur weil du besoffen warst wahrscheinlich is it a real life it is a real life talk now no it is it is a talk now live real wird dir keine Lust auf spaßige Sachen ja das ist das passt doch kein Bock auf spaßige Sachen wenn du den Drummer von Tool krass findest hört dir mal Nightverse an Krogi ja und das ist der Punkt ich will es mir nicht an weil es mir keinen Bock macht mir macht der Tool auch schon keinen Bock warum sollte mir das dann Bock machen es macht mir doch keinen Spaß ich will einfach nur meinen 4 on the floor Rave gib mir meinen 4 on the floor Rave und ich bin happy real talk deep talk real deep talk shit nochmal Mathe in solchen Fällen kann man sich ja Katzenvideos geben aber es macht Spaß zum Zuschauen ja es macht aber auch Spaß zuzugucken ähm wie äh Häuser äh ne schlechtes Beispiel gerade kennt ihr nicht also doch das kann ich doch bringen kennt ihr noch diese Videos von früher zum Beispiel ähm wo alte Gebäude ähm weg mussten also große Gebäude in Amerika die dann gesprengt wurden solche Videos fand ich früher mal geil so ein Zeitloop das hat mir immer gut gefallen talk locker talk mit seiner Kraus kannst du dir immer geben klar mein Lebensmotto real deep shit talk sucht euch welches aus Erbs und Proteinen jetzt haben wir hier ne jetzt haben wir verschiedene Konversationen die äh alle neben also die alle so ein bisschen parallel quer laufen finde ich gut das finde ich schön das ist für mich natürlich eine ganz schwierige Herausforderung jetzt alles unter einen Hut zu bekommen aber es sollte auch kein Problem darstellen weil ich bin ein Multitasking Genie äh wer das jetzt glaubt dich muss ich enttäuschen das war eine Lüge ich hab wirklich Multitasking mäßig gar nichts auf dem Hut und dementsprechend frage ich mich gerade wer denn diese Häuser aus Erbs und Proteinen baut das schreibt nämlich Ochse hast du ein Drummer Vorbild ja absolut mein großes Vorbild im Drumming weil ich den einfach sehr mag und sehr schätze ist Chad Smith der Drummer von den Red Hot Cheap Peppers finde ich richtig gut ich hab damals ähm Chad Smith Signature Snare gehabt und die hat sehr gut sich angehört die hat sehr gut geklungen und ich mag äh diesen Drummer sehr sehr gerne auf jeden Fall Punkt ich finde es spannend wie genau Gebäude gesprengt werden können absolut John Bonham auch geil The Who sehr gute Band keine Frage immer noch interessant Ian Pace war auch oder ist auch ein guter Drummer die Purple äh Zeppelin warum sag ich Zeppelin warum sag ich Zeppelin what the fuck oh Gott unangenehm oh ich darf nicht mehr mit halbgarem Wissen äh präsentieren John Bonham von Zeppelin natürlich unfassbar guter Trommler ähm ihr könnt mich ihr könnt mich jetzt komm haut mir einmal auf den Nacken haut mir einmal auf den Nacken das 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 weiß ich natürlich aber warum dachte ich denn gerade an an The Who sagst mir warum dachte ich gerade an The Who haut mir einmal auf den Nacken ah Dankeschön 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 Nackenschön ist gekommen so ich verzeihe es dir übelst peinlich aber mir wurde verziehen mir wurde verziehen Gott sei Dank aber auch nur weil ich meinen Nacken angeboten hab ähm für die Nackenschön des Chats ja Erbs vs. Soja hach ich lieb's das ist jetzt ja echt beinahe Blitz-Themen-Talk aber es war ein Test es war ein Test ob ihr es wisst ich wollte euch prüfen und ihr habt bestanden John Bonham Glitz-Themen Travis Barker ist super kleine kein Josh Josh Freeze ist auch super ihr bringt gerade nur gute gute Drummer rein Keith Moon ist natürlich The Who und Keith Huhn Keith Keith Huhn das ist also ein Hühnchen das ist Sophias alter Ego Keith Huhn ist ein super Trommler und äh das war auch lange Zeit ein Vorbild tatsächlich aber Chad Smith ist es the one and only Chad Smith bei mir ich lieb Radishly Peppers und Chad Smith hat sogar ein Tattoo vom Logo und ich find auch super wie sein Schlagzeug zu dem Songspass hab aber oft das Gefühl dass er technisch nicht so unglaublich stark ist von Mansfields Drummer das ist eine Lüge Chad Smith ist technisch überragend überragend ähm der ist technisch wirklich richtig fit ähm der hat also ich weiß nicht wie du darauf kommst ehrlich gesagt und ähm also das kannst du dir komplett äh die Aussage kannst du einmal vergessen wirklich ein Genius Jubiläum 5 Monate Peperina 07 vielen vielen Dank schön dass du da bist sehr sehr nice wir haben noch 8 Minuten Leute dann mach ich meinen 2 stündigen Stream dann beende ich den Hallöchen guck mal warum mach ich die Augenklappe bei dem Wild ich hab keine Ahnung ich weiß es nicht ich glaub weil wir hier Dinge tun die man sonst bei Twitch nicht übermacht vielleicht sind wir hier deswegen so ein bisschen piratenmäßig unterwegs das ist glaub ich die Augenklappe ich glaube deswegen ich wollte aber unbedingt ich wollte aber unbedingt äh ein bisschen Merch machen ich wollte euch unbedingt noch ein bisschen Geld aus den Taschen leiern aber mit guten Sachen und da überlege ich mal was ich da für ein Design mache ich würde gerne irgendwie ich hab überlegt dass man vielleicht eine Tasche nimmt hier so eine Brusttasche und da guckt dann so ein Eichhörnchen raus oder so muss ich mal gucken ähm wie wir das alles hinkriegen aber ich würde gerne ein bisschen was anbieten wann bringst du Patches mit dem Logo für die Kutte ja bald bald ey aber es wird mir wieder Zeit ein bisschen was anbieten man muss ja auch ey Leute man muss auch man muss auch man muss auch Dinge anbieten es geht nicht anders man muss auch Dinge anbieten bitte mit dezenten Schriften dann kann ich das auch anziehen ja natürlich es wird nichts krasses geben Brusttasche mit Eichhörnchen ist eine mega Idee ja man ITX Kugel das wird so sein ja quatsch jetzt nochmal irgendwie die Tage äh bei uns bei Rockbeans ab was abgeht und äh ja cool mach bitte ich auch noch nach einem Sommerhoodie ich auch noch nach einem Sommerhoodie was ist ein ich auch noch nach einem Sommerhoodie was soll das sein ich weiß nicht was es ist egal ich suche auch noch nach einem ach so suche maybe auch was für die Girls Girls Schmölz ey was wollen was wollen Girls denn Paperina was wollen Girls das ist jetzt auch ein guter Titel äh für für YouTube was wollen Girls Fragezeichen Chat sagt's mir Fun Girls Wanna Have Fun zu nicht wissen ja dann kann ich vielleicht nichts machen da weiß ich nicht was ich machen muss hab keinen Plan ja Girls Like Cars and Money Gleichberechtigung ja es wird auch schwierig sein auf meinem Pulli Gleichberechtigung anzubieten das was ihnen zusteht gemütliche Hoodies aha gemütliche Hoodies dann müssen muss es muss es ein gemütlicher Hoodie werden aber der Schnitt muss anders sein weiß nicht ja muss ja kannst du nicht einfach einen Oversized Pulli tragen als Style kannst du nicht einfach 3XL tragen mach das auch geht schon ach ich bin doch auch Leute ich bin doch auch kein Styleberater ich mach doch auch einfach nur Dinge weil sie mir Bock machen Elastan am Bauch bitte gemütliche Schlafshirts ich liebe den Neoprint wird nicht für mich aber ist ein bisschen weit one suck fits all so Joggenhose wäre nice ah ja aber ich muss mal gucken ich muss irgendwas machen was man auch so ins Lager legen kann was man auch mal irgendwie das weiß ich nicht so ein bisschen irgendwas cooles wisst ihr womit ich mir so im Hintergrund die Taschen voll machen kann was aber für alle geil ist Punkt so das ist so die Idee wollen wir mal Vorschläge im Discord sammeln sehr sehr gerne sehr sehr gut soll ich mal was designen mit Foxy ja gerne Unterwäsche mit deinem Gesicht drauf nein das gerne nicht ehrlich gesagt das gerne nicht gucken wir mal was wir machen eine Boxershort wäre schon geil aber Leute da kann ich auch nicht die würde ich selber nicht tragen die würde ich einfach gerne die würde ich selber einfach nicht tragen es wurde Leoprint erwähnt jetzt muss Turi gleich auftauen ach die ist doch eh schon da Turi komm raus jetzt aus für die Girls exklusiv ist beim Motiv der Piraten hochgeklappte Augenbraue Augenklappe und das Auge Zwinker das Zwinker Smilies da steht jede Frau drauf das kann ich oder da sind wir uns einig da sind wir uns absolut einig das ist das aller das ist das Beste es lebt nicht irgendwann ein Ort nein nein wow da sind wir uns einig das weiß ich ihr werdet mir ihr werdet mir zu anrüstig Leute das ist ein Stream einfach nur am Nachmittag da möchte ich sowas nicht also ich gebe euch nochmal meinen Instagram Link rein weil ich da Mikrofone raus haue so da können wir ein Mikrofon kriegen später irgendwie abends mache ich das und wie nenne ich das Video jetzt der Cringe ist groß nein ich habe ich habe keine Lust auf Spaß ich habe heute ich habe heute einfach keine Lust auf Spaß gebe ich rein ich habe heute einfach keine Lust auf Spaß und das werde ich bei YouTube hochladen Claire deine Zeit nochmal du kannst ja bei bei YouTube Claire machst nochmal eben Discord und YouTube raushauen das wäre einfach geil oh 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 und jetzt gucke ich mal wen wir raiden Leute wen raiden wir wer ist wer ist wer ist die Glückliche Simon ist da direkt zu Simon Raid Mon Official ungültiger achso weil ich mich verschrieben habe Raid Mon Official Leute vielen Dank für eure Unterstützung für euer Gehör dass ich heute mal ein bisschen was loswerden konnte fühlt sich sehr gut an danke für den Support dass ihr das alle so sehr ernst nehmt wie ich es auch tue was gerade so in der Welt abgeht finde ich hammermäßig und ich hoffe dass ihr hier öfter reinschaut danke fürs Follow wir sind hier über 40.000 Leute die hier reingefollowt haben das ist für mich Nulli schon richtig viel und ja ich hoffe wir bleiben gemeinsam weiter cool das ist das was ich mir wünsche ich wünsche euch einen schönen Tag und hab euch gern bis dann ja ich drücke jetzt auf Raid und dann seid ihr gleich beim bei Mon da freut er sich bestimmt vielleicht auch nicht aber ich denke schon ja und dementsprechend drücke ich gleich auf Raiden und sage auch YouTube Leuten tschüss tschüss YouTube danke fürs zugucken lasst Kommentare da und danke für eure Zeit tschüss YouTube tschüss